Bringt euch bitte wieder online. Und ja, das habt ihr seit über zwei Jahren nicht mehr gehört. Wir sind tatsächlich wieder hier, der Tele-Stammtisch existiert noch, wir existieren alle noch und Corona existiert auch noch. Aber vor allem haben wir tatsächlich die vierte Staffel von HBO's Westworld vor der Brust. Und wer sind wir eigentlich? Natürlich ich, der Dom und zum einen ein Rückkehrer, ähnlich wie James Marston zu Westworld. Herzlich willkommen, Patrick. Hi. Und ja, ein Neuankömmlinger, Newcomer ist er auch nicht wirklich. Er war schon zumindest schon mal ein Gast, ein Gast bei uns eben in dem letzten Lebenszeichen, was wir zu Westworld hatten. Und damit begrüße ich sehr herzlich den Thilo. Hi. Hi, hier ist der alte Schwede aus München. Oder bin ich vielleicht jemand ganz anders und sehe nur so aus wie der Thilo? Ja, und wenn, können wir dich eh nicht sehen von daher. Auch wieder mal. Hast du jemals das Wesen deiner Realität in Zweifel gezogen? Aber nicht noch, außer nach sechs Maße auf dem Oktoberfest. Wer tut das nicht? Eben. Da läufst du dann wahrscheinlich als Ani-Host rum. Irgendwas, nur nicht ich selber. Ja, kommst du überall rein, alles gut. Ja, Mensch, wir mussten warten. Wir mussten nicht ganz so lange warten, wie wir mit gerechnet hatten. Ich hatte es nämlich in unseren alten Recaps wirklich nochmal gehört, dass wir davon ausgegangen waren, dass das eventuell 2023 wird. Aber Corona zum Trotz sind wir so nach, ich sag mal, zwei, ein Vierteljahr tatsächlich wieder am Start. Hattet ihr mit mehr gerechnet oder dass sie das wirklich einhalten können? Es wurde ja wirklich alles verschoben. Ich habe auch damit gerechnet, dass es nicht vor 2023 kommt. Wenn man jetzt überlegt, wie lange Top Gun Maverick zum Beispiel verschoben wurde, um zwei Jahre. Oder der James Bond. Ja, und der war ja schon vor Corona abgedreht. Ja, aber ich meine, es hat ja, wir haben gerade darüber schon Backstage gesprochen, hat ja immer so ein bisschen gedauert, bis die nächste Westworld-Staffel kommt, weil sie halt, glaube ich, auch produktionstechnisch einfach aufwendiger ist. Ja. Und dann kommt Corona noch dazu. Dann war es jetzt schon eine Weile her. Und ehrlich gesagt, es kam ja dazwischen aber trotzdem wieder so viel anderes Zeug raus, dass ich jetzt nicht dauernd gesagt habe, oh, wann kommt die nächste Westworld-Staffel? Wann kommt die nächste Westworld-Staffel? Sondern, ja, die kam halt jetzt endlich. Und ja gut, jetzt können wir uns damit beschäftigen. Aber es ist nicht so, dass mir es jetzt gefehlt hat. Ach, ich war in der Westworld-Gruppe, die jedes Mal gepostet hat, das ist jetzt schon Woche 500 ohne Westworld. Echt? Ich habe es dann immer wieder auf Twitter gesehen. Okay, also da war ich nicht mehr drin, von daher. Die Süchtler halt. Ja. Gut, jetzt ist er aber da. Genau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also HBO hat ja auch zuletzt ein Recap-Video rausgebracht, wo sie in drei Minuten drei Staffeln zusammenfassen. Ich glaube, für die ersten beiden nehmen sie sich so 30 Sekunden und für die dritte dann zwei Minuten. Ja, ich habe da gerade mal kurz reingeschaut und es war mir einfach wieder so, ja, wie so eine Trailer-Werbung für irgendwas. Und war jetzt nicht tiefgründig, auch nicht kommentiert. Nein. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich mir auch sparen. Kann man sich auch. Man kann sich auch die dritte Staffel natürlich noch mal in Erinnerung rufen. Kann man ja tatsächlich alles sehen auf Wow, soweit ich weiß. Und Wow ist in dem Fall bei Westworld dann jetzt wirklich hervorzuheben, weil anders als bei dem Release der letzten drei Staffeln, also der bisherigen Staffeln, ist die deutsche Ausstrahlung ja tatsächlich zeitnah zu US-Ausstrahlung. Das heißt, immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und nein, ich gucke es nicht um drei Uhr morgens, aber darüber freue ich mich tatsächlich. Verstehe. Du guckst, wenn ich Schlafprobleme habe. Ja. Ja. Da kannst du wunderbar bei einem schlafen, glaube ich. Ich kann bei einem mal schlafen, also das ist nicht mein Problem. Dazu müssen wir jetzt sagen, dass wir tatsächlich das, ja, man kann schon sagen, Privileg hatten. Wir haben nämlich tatsächlich Pressescreener bekommen und von nicht weniger, wahrscheinlich dann ähnlich wie internationale Kollegen, von nicht weniger als der Hälfte der neuen Staffel, also die ersten vier Folgen haben wir bekommen. Und zumindest ich aus dieser Runde hier konnte dem Drang widerstehen, über die erste hinaus das nicht zu gucken. Wie hast du das gemacht? Also ich, also ich habe auch mir vorgenommen, ich schaue mir halt mal die erste Folge an, da können wir drüber reden. Als sie vorbei war, muss ich gestehen, war ich doch echt wieder angefixt und habe gesagt, nee, geht nicht. Also eine muss, eine muss noch, dann ist aber auch Schluss. Und da habe ich es auch knaller durchgezogen nach der zweiten Schluss gemacht. Aber ich gebe es zu, ich bin ein bisschen weiter galoppiert, habe mir die zweite Folge auch angeschaut. Über die will ich aber heute gar nicht reden. Ich konnte den Drang natürlich auch nicht widerstehen. Und ich denke, Dom ist der Einzige, der sich das verkniffen hat, weil er als Host quasi da nicht vorgreifen darf. Genau, weil, also erstmal herzlichen Dank natürlich für die Screener. Habe ich mich persönlich wahnsinnig drüber gefreut. Und ihr wahrscheinlich auch ein bisschen. Sicher. Und ja, das Problem ist natürlich, also für internationale Journalisten, die dann einfach nur was darüber schreiben, mag das ziemlich toll sein. Für uns ist es ja eigentlich Gift, weil, naja, wenn wir halt schon wissen, was kommt, dann ist es ein bisschen witzlos, da zu fachsimpeln, Theorien zu spinnen, sich in was auch immer zu verlieren. Sondern dann würde das hier so ein bisschen zu Bauerntheater ausarten. Und deshalb versuchen wir, so gut es geht, das zu vermeiden. Das Theaterstart. Ist ja, dass die für sich stehen und zugleich dann immer auch so ein bisschen, wenn man mal ein bisschen guckt, dass sie auch so, ja, die grauen Zellen anschmeißen. Geschrieben wurde, also schon von Liza Joy, aber nicht von William Brommel, sondern von Will Sodick, über den ich tatsächlich online nichts gefunden habe. Also, soweit ich weiß, ist der irgendwie Consulting-Producer bei der Serie, aber er hat tatsächlich nichts in der IMDb. Also bin ich gespannt, ob der jetzt hier noch auftaucht mit einem einzigen Credit dann. Interessante Persönlichkeit wahrscheinlich. Vielleicht hat er ein alter Ego oder so, so wie Batman und so. Vielleicht haben wir hier den ersten Drehbuch schreibenden Host. Könnte auch gut sein. Das ist es. Es ist eine KI, genau, richtig, ja. Olympiad Entertainment. So, bevor ich jetzt hier noch Spoiler. Regie hat Richard J. Lewis geführt. Der hat auch schon, ich glaube, der hat die erste Folge der zweiten Staffel inszeniert und auch schon in der, ich glaube, der war schon bei allen dabei. Der ist ja auch schon ein langjähriger Weggefährte aus Zeiten von Person of Interest von Jonathan Nolan. Wobei man jetzt sagen muss, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, Thilo, ob du dazu gehört hattest, aber die Erwartungen an diese vierte Staffel waren zumindest bei Patrick, Christopher und mir ja eigentlich, dass das hier so ein, ja, so ein Endzeit-Szenario wird. Fast schon so Mad Max-mäßig. Oder wie sah das bei dir aus? Da haben wir, glaube ich, tatsächlich beim Staffelfinale der dritten Staffel drüber geredet, eben weil dieser Cliffhanger mit Bernard in diesem Motel oder Hotel, wo da Staub oder Sand überzogen sitzt, was keine Ahnung, darauf schließen lässt, dass es zigtausend Jahre in der Zukunft spielt oder eben nach der totalen Apokalypse Mad Max-technisch, das ist ja bis jetzt noch nicht so zu sehen, deswegen, also Erwartungshaltung ist halt immer so ein Ding. Ja, ich muss ja sagen, also ich meine, die Werbekampagne zur dritten Staffel, die deutete das ja auch irgendwie so an, also das war ja auch ziemlich dystopisch und dachte ich mir so, ja, ist das jetzt ein Teaser? Und dann gucke ich mir so den Teaser eben zur vierten Staffel an und denke mir so, hm, also da stehen aber erstaunlich viele Gebäude noch und irgendwie geht auch alles ziemlich seinen gewohnten Gang, ne? Ja, also es sah eigentlich alles noch intakt aus, obwohl ja in der dritten Staffel schon durch diese Riots und so, da ging's ja schon Richtung, alles geht den Bach runter, aber die haben sich anscheinend ja wieder gefangen. Ja, ich bin mal, also es ist ja nicht so, dass auf das Ganze nicht Bezug genommen wird, auch jetzt in dieser Folge hier, aber es ist trotzdem, es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, aber zugleich ist es auch unerwartet, weil ich, ich muss sagen, ich hatte wirklich fest mit so einem Endzeit-Szenario gerechnet, in dem Ed Harris einfach nur noch alle killt, wenn ich ehrlich bin. Ja, kann ja noch alles kommen, ne? Ja, vor allem, weil Evan Rachel Wood, also Dolores, die hatte ja wirklich ein ziemliches Massaker in der Gesellschaft veranstaltet, also nicht nur in Hinsicht auf Bernard war ein ziemliches Massaker, sondern auch Wikileaks-mäßig ist da einiges passiert, dass die Gesellschaft so richtig entzweit haben müsste und jetzt sehen wir diese Menschen hier und sie führen ein halbwegs normales Leben. Da war ich auch erstmal begrüßt, dass das so runtergefahren ist erstmal. Ja, vor allem haben wir Evan Rachel Wood auch trotz ihres digitalen Ablebens in der dritten Staffel hier wieder putzmunter am Start, nur in etwas anderer Form, könnte man sagen, aber da kommen wir vielleicht noch später zu. Und ja, das ist eine typische Auftaktfolge. Im Prinzip ist das Matrix 4, so ein bisschen. Ja, ja, das kann man wirklich sagen, ne? Thilo, hast du Matrix 4 gesehen? Nein, mir wurde auch so ein bisschen abgeraten von, weil ich gefragt hab, so, wenn man ihn jetzt so vergleicht mit dem, also dem ersten oder dem zweiten, welche Richtung geht's? Und dann ist es ja eher so Richtung zweiten. Dann hab ich gesagt, ja, dann muss ich jetzt nicht im Kino sehen, irgendwann mal streame ich den halt mal weg. Das ist die kluge Entscheidung. Das ist eine kluge Entscheidung, also der ist, zumindest das, was er hier mit dieser Folge gemeinsam hat, ist noch das Interessanteste an Matrix 4, sagen wir es mal so. Aber es gibt hier schon wirklich, es gibt schon erstaunliche Parallelen zwischen beiden. Aber da kommen wir vielleicht im Verlauf dazu. Dann würde ich sagen, springen wir rein, denn die erste Szene gehört nicht Dolores, sondern einer völlig unbekannten Figur. Ich glaube, er hatte auch keinen Namen, soweit ich weiß. Nein, nein, der ist einfach da. Genau, also wir lernen den Typen jetzt nicht wirklich kennen, aber wir sehen kurz, wie der lebt, der ist ja ziemlich nobel. Es ist auch, glaube ich, irgendwie ein, ich war sogar echt am überlegen, ob ich den aus Breaking Bad oder Better Call Saul kannte, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil er vom Typ her einfach genauso gecastet und dargestellt wird. Also das war auch, glaube ich, Absicht. Einfach so ein spanisch- oder latino-stämmiger Gangster. Ja, genau. Ohne Namen, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, wer das ist. Der steht jedenfalls eigentlich nur vor so einem Panoramafenster von der Stadt und begibt sich dann, also macht sich fertig für ein Meeting. Man sieht auch schon, wie Thilo sagt, dass es nicht unbedingt die besten Kreise sind, denn da stehen bewaffnete Wachen vor der Tür. Und was hier schon mal auffällt, naja, ist halt erneut der Production Value, beziehungsweise diese ganze Serie spielt ja bekanntlich irgendwie so, sagen wir mal, 40, 50 Jahre in der Zukunft. Und dementsprechend werden hier selbst Verträge und so weiter auf Tablets ausgehandelt, die förmlich aussehen, als wären sie Glasscheiben. Also sehr stilvoll aus. Oder so Plastik, kleine dünne Plastikfolien oder Blätter, ja, also sieht sehr stylisch aus auf jeden Fall. Extrem, also ich meine, man kennt ja auch diese technischen Spielereien von der Serie, also da werden wir auch noch einiges andere hier sehen. Äh, ja, das ist ein Meeting. Ich muss zugeben, bei diesem ganzen Wirtschaftsgesammel habe ich mich dann schon ein bisschen schwer getan, weil die sprechen auch alle mit sehr starkem, äh, lateinamerikanischem Akzent, hatte ich den Eindruck. Es geht aber im Prinzip darum, äh, dass die da, ich glaub, ich weiß gar nicht, ähm, das ist, glaub ich, ein ganz berühmter Staudamm, ne? Den wir da sehen. Ähm, äh, es ist ein Damm, vielleicht ist es ein, äh, Goddamm sogar, äh, aber ich weiß nicht welcher und ich weiß nicht, ob es jetzt ein bestimmter sein soll. Ich glaube, es sollte einfach so nur so, äh, die Gegend, äh, angerissen werden, wo das ist, dass es halt da auch wahnsinnig viel Land gibt, äh, was ja dann den Besitzer wechseln soll. Ja. Aber ob das jetzt wirklich, ob man da wirklich erkennen soll, dass es eine echte Gegend sein soll, weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich hab's nicht erkannt, wenn. Auf mich wirkte es tatsächlich, und ich bin nicht grad der größte Fan davon, es gibt doch so'n Pierce Brosnan-Bond, äh, der damit eröffnet, dass der halt so'n riesigen, ja, so'n, 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 so'n riesigen Sprung macht, irgendwie an so'n... Golden Eye. Genau. Damit eröffnet der, glaube ich, ne? Mhm, genau. Und ich hab eben das Gefühl, dass das der selbe Schauplatz sein könnte. So'n bisschen. Ja. Ne? Schaut mir irgendwie aus, als wäre da das Wetter heißer, also bei den Latinos da. Aber kann ja sein, in der Zukunft, dass es da irgendwie durch Erderwärmung, also klar, aber jeder Damm, sei mal ehrlich, der diese Größe hat, die schauen ja alle dann wirklich gleich aus. Ja. War auf jeden Fall sehr imposant, ne? Wobei wir da am Anfang noch gar nicht so viel sehen. Also in dem Meeting geht's im Prinzip eigentlich nur darum, dass jemand eben das Land kaufen will. Und, äh, wir erfahren dann auch recht schnell wer. Denn wer sich gefragt hat, ob er hier mal wieder in der falschen Serie gelandet ist, nein. Wir sehen ein typisches Hovercraft von Delos, wo dann auch, äh, William, also Ed Harris aussteigt, äh, wieder als Man in Black. Und da ist jetzt halt die Frage, wann das spielt und welcher William das ist, ne? Das ist bei der Serie ja immer nicht zuerst klar. Das ist ja das Rätselrat. Welcher steckt in dem? Früher war's nur bei Bernard und Dolores so, dass man sich gefragt hat, in welcher Phase sind wir jetzt? Aber jetzt kannst du das auf jeden Charakter quasi anwenden. Ja. Ist es bei Tessa Thompson? Ist es bei Dolores? Da musst du mittlerweile komplett hinterfragen, in welcher Ära sind wir jetzt? Und bei Man in Black ist es schwer, wenn's nicht zufällig der junge Simpson ist. Also bei Ed Harris, also, äh, wenn sich Leute vielleicht nicht mehr so dran erinnern, in der, äh, ich weiß gar nicht, war das die Post-Credit-Szene? Ne, ich glaube nicht, die Post-Credit-Szene ist die mit, die mit Bernard. Es gab ja eine, eine Szene auf jeden Fall in der Mitte des Abschluss, also Mid-Credit-Szene, äh, wo gezeigt wurde halt, wie, äh, William in eine Delos-Facility kommt, in Dubai. Und dort wird er dann überrascht von, äh, Charlotte Hale, beziehungsweise Hey-Loris, wie sie ja dann eigentlich heißt. Wir einigen uns jetzt auf Char-Loris oder Hey-Loris, würd ich sagen. Und, ja, die lässt ihn dann ja von seinem eigenen Host aus dem Weg räumen und jetzt ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt jeder spielt und ob er hier auch schon im Auftrag eben von, äh, äh, Hey-Loris unterwegs ist. Was wir jetzt aber schon sagen können, der Man in Black ist wieder zurück in seiner alten Bosheit. Es ist vorbei mit den ganzen Gewissenskonflikten. Er ist wieder zurück und so hart, wie wir es von ihm gewohnt sind. Ja, und er, ähm, sagt ja auf jeden Fall auch schon mal, dass er als Kind schon mal dort gewesen ist an diesem Staudamm, ne, oder auf jeden Fall an, an dieser Örtlichkeit. Was dann auch im Verlauf des Gesprächs, äh, zum Tragen kommt, dass die Ereignisse aus Staffel 3, äh, so ungefähr sieben, acht Jahre zurückliegen müssen. Denn er spricht davon, dass ihm etwas gestohlen wurde aus einer Delos-Facility und dass er dort eigentlich nicht mehr herankommt und, äh, auch keine Möglichkeit hat, irgendwas zu dechiffrieren. Ja, er kann ja damit eigentlich nur den, den Schlüssel ins Host-Paradies meinen, ne, beziehungsweise den Schlüssel für die Forge. Oder habt ihr da was anderes erwartet? Ehrlich gesagt auch nicht, ne, aber, ja, da musste man dann auch irgendwie, äh, eruieren daraus, wie weit das jetzt alles her ist und eben auch, dann auch nachdenken, was ist eigentlich das Letzte gewesen in der dritten Staffel, wo man ihn gesehen hat, äh, der war doch eigentlich, äh, ja, aus dem Weg geräumt. Äh, ich hatte zuerst gedacht, er war noch in dieser, in dieser psychischen Anstalt drin, aber, äh, aber, aber er war ja, er hatte eigentlich keine Macht mehr. Deswegen hat man sich erst mal gefragt, warum kommt der jetzt so dermaßen mächtig da an und, und, und geht mit diesen Gangstern um, als wären sie gar nichts oder nur ein Fliegenschiss im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, es ist halt Ed Harris, ne? Und William, äh, der irgendwie nie einen Nachnamen bekommen hat, wie mir mal auffällt. Und, naja, ja, das, ich weiß nicht, ich hatte, hatte ich ja schon gesagt, ich hab ein bisschen Probleme gehabt da mit dem Englisch. Äh, wir haben ja den Stream auch wirklich nur auf Englisch gehabt und auch ohne Untertitel. Ich guck sowas gern mal da mit Originaluntertiteln. Aber es geht ja letzten Endes darum, dass die nicht verkaufen wollen und er stellt sie dann vor die Wahl. Entweder sie verkaufen heute und er bezahlt dafür oder aber sie verkaufen es ihm morgen für nichts. Damit, äh, droht er dem Verantwortlichen und ... Also, ich war auch immer froh, wenn die Spanisch gesprochen haben, weil dann gab's Untertitel. Ja, richtig, richtig, richtig. Dann war ich nicht der Einzige, der da ... Nein, nein, nee, ging mir auch so. Am Anfang hatte ich mir schwer getan. Ging später besser. Ja, und dann ist das halt auch dieses Wirtschaftsgesappel, ne? Das ist halt ... Ja, ja, ja. Aber auch da haben wir schon wieder die extreme Parallele zu Breaking Bad. Wenn da Spanisch gesprochen würde, zumindest das wurde untertitelt. Ja, ja, sehr viel. Ja, ja. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, Leute. Es ging ja darum, also er, am Anfang ist ja unser, äh, dieses neue Gesicht, dieser Gangster, der dann in diese Runde mit diesen älteren Gangstern und die reden da eben, oh, wir haben dieses Angebot. Und, äh, und dann, äh, der, der, ja, Protagonist, sag ich mal, der hat ja so ein bisschen Einwände und sagt so, ja, nee, der will das kaufen, aber können wir noch nicht geben. Und der eine Alte, der sagt ja immer so Sachen wie, ach, dem sein Geld ist genauso gut wie jedes andere. Ja, ja. Das Geld stinkt nicht so, also verkaufen wir es ihm doch. Und dann, äh, hat er es ihm ja aber doch nicht verkaufen wollen. Obwohl doch der eine, der ja anscheinend über ihm steht, äh, gesagt hat, er soll verkaufen. Ich hab das nicht ganz verstanden. Ist ein bisschen seltsam an der Stelle, ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass die mehr Geld aus William rauspressen wollten, ne? Also, dass sie, dass sie nicht so leicht zu kaufen sind, dass sie vielleicht schon zu kaufen sind, aber, äh, er vielleicht noch ein bisschen höher gehen kann. Das könnte ich mir vorstellen. Hm, dass das Angebot nicht hoch genug war. Ja, gut, das, das, das kann sein. Aber ich fand's ein bisschen seltsam. Ja, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber, äh, ja, unser namenloser Protagonist hat ja, äh, nicht sonderlich viel davon. Er kommt nämlich nach Hause in sein Domizil und stellt fest, dass bei ihm zu Hause anscheinend, äh, ja, Fliegen irgendwie rumschwirren. Und, äh, stellt dann fest, dass es ein ziemlicher Fliegenschwarm ist. Äh, ich musste auch, äh, Thilo, du hast den ja auch gesehen beim Fantasy Filmfest, ich musste leider an, wirklich an diesen... Mosquito. ...fürchterlichen Film da denken. Mosquito State. Ja, ganz fürchterlich nicht zu empfehlen. Ich hab ihn dann übrigens, ich hab ihn dann übrigens ganz angeschaut, äh, äh, du wolltest ja wissen, was ich davon halte und ich halte genau das davon, was du gesagt hast. Aber nee, aber du hast recht, die Parallelen sind da. Und, äh, es ist ja eigentlich immer so, bei, bei Filmen oder Fernsehserien, wenn einer in die Wohnung geht und dann schwirren Fliegen plötzlich rum, unerwarteterweise, ist eigentlich irgendwo eine Leiche, ja. Ja, ja. Aber diesmal war's anders, denn die Fliegen hatten plötzlich eine andere Superpower, die wir so noch nicht kennen, ne? Im Prinzip waren das wahrscheinlich Nanobots, die in ihn reingeflogen sind. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich, ich muss auch gestehen, es gibt dann ja auch einen Schnitt, also, es ist ja, es ist ja wirklich schon eine Szene wie in einem Horrorfilm, wie Thilo auch schon sagt. Und, äh, dann gibt's ja einen Schnitt und man sieht ihn auf dem Boden liegen, da dachte ich erst, ja, der ist halt tot, ne? Ja, aber scheinbar nicht, dann ist er am nächsten Morgen wieder quietschfidel und geht wieder zu einem Meeting. Die sind dann alle ziemlich perplex und, äh, dann überbringt er eben die Botschaft, dass, ja, äh, gestern hätten sie zahlen können und heute werden sie es umsonst geben. Und die brechen dann natürlich ein schallendes Gelächter aus, was sollen sie auch anderes machen. Ja, und er fängt dann an, reinen Tisch zu machen, erst mit diesem älteren Herrn im Stuhl und dann, äh, mit den anderen. Und was aber nicht so gezeigt wird tatsächlich. Und, äh, ja, dann haben sie anscheinend das Land überschrieben. Und damit hat man aber auch irgendwie gesehen, okay, die, äh, keine Ahnung, die Bots oder der Man in Black oder so haben irgendwie so eine neue Superpower mit diesen Nanobots. Das hatten wir vorher ja noch nie, dass wir diese Dinger, diese Fliegen einsetzen können, um jemanden seinen Willen, äh, oder jemanden zu unterwerfen, seinen Willen zu unterwerfen. Also, das war schon wieder was, was Neues. Sie, sie haben auch wirklich, äh, äh, das hat man ja schon, ich weiß nicht, Tilo, hast du die Trailer gesehen? Nee, hab ich nicht. Okay. Ich schau keine Trailer mehr. Okay, okay. Weil sie haben wirklich, also, dieses Jahr haben sie wirklich irgendeine Meise, haha, mit, mit Fliegen. Also, selbst der Hashtag Westworld, äh, auf Twitter hat, äh, also, da gibt's ja immer diese kleinen Bildchen bei, bei, äh, irgendwie Hype oder, oder großen Hashtags. Und selbst da hast du Fliege jetzt abgebildet. Und die Fliege hat's ja auch bis in den Vorspann geschafft, auf den wir gleich noch vielleicht kommen. Aber, äh, ja, Fliegen spielen anscheinend eine sehr, sehr große Rolle und können, wie du schon richtig sagst, anscheinend den Willen beeinflussen. Ich meine, man muss ja nur den neuen Vorspann anschauen. Das erste, was hergestellt wird von diesen, äh, Robotern sind ja, äh, ist ja ein, ein Insekt, ne, ein Künstler. Genau. Und es ist mir irgendwie, also, schon in den Trailern fand ich's merkwürdig, weil da sind, da ist eine Szene, die wirkt fast wie aus Die Mumie. Also, aus dem alten Brenton-Fraser-Film. Stimmt. Aber naja, nee, also, spielt auf jeden Fall eine große Rolle hier und, äh, unser, äh, namenloser Protagonist hat dann auch nicht mehr so viel Lebenszeit in dieser Serie, weil er tritt danach, draußen ist völlig blutverschmiert, steht dann William gegenüber und drückt dem dann dieses digitale Formular in die Hand und der sagt dann nur zu ihm, ja, jetzt kannst du dich ausruhen und der schlitzt sich die Kehle auf. Ja, und das war der Cold Opener, wie in der dritten Staffel wird es anscheinend eine Staffel der Cold Opener. Und dann haben wir, wie du schon richtig sagst, Thilo, den Vorspann, den neuen. Ähm, das ist ja immer sehr schön einfach bei der Serie, das ist ja ähnlich wie schon bei Person of Interest, dass du, ja, so Spurenelemente zwar immer noch hast, die gleich bleiben, aber trotzdem thematisch immer was sehr Neues drin hast, ne? Ja, beim letzten Jahr war es diese Homeworm-Uhr und dieses Jahr ist es das Jahr der Fliegen quasi. Ja, wirklich. Ich wusste gar nicht mehr, was letztes Jahr war oder letzte Staffel, aber ich hab halt einfach... Die Weltuntergangsuhr. Ah, okay, okay. Ich hab aber nur einfach die Parallele gesetzt zu dem Vorspann der ersten Staffel mit dem galoppierenden Pferd und dieser Fliege, die ja dann quasi vom Maßstab her auf gleich gezeigt wurde. Und das fand ich sehr schön, einfach da diesen Übergang zu zeigen. Ja. Also quasi von den großen, monströsen Robotern, die ich umrennen können, bis eben zu jetzt den Nanobots in Insektengröße. Und mir fiel vor allem auch ein, Fliegen haben ja schon mal gerade in der ersten Folge der ersten Staffel eine Rolle gespielt. Also da gibt's ja die allererste Szene. Stimmt. Wo, oder auch die allererste Folge, wo ja mehrfach gezeigt wird, dass auf den Augen der Hosts Fliegen sitzen und die erste Folge schließt er, also die allererste Folge der Serie schließt er damit, dass Dolores tatsächlich, ja, wo es heißt, sie kann keiner Fliege was zu Leide tun, es dann eben doch tut. Stimmt. Na? Das war natürlich eine sehr wichtige Szene und sehr symbolträchtige Szene. Und das gleich mit der Fliege. Ja, stimmt. Und da hab ich mich auch schon gefragt, sind die Fliegen auch Hosts? Muss ja, ne? Eigentlich ja. Also ich mein, in dem Park ist ja alles, die Schlangen, die Pferde, alles, dann müssen die Fliegen auch Hosts sein. Das kann ja nicht anders sein. Mann, du denkst auf einem Level, da brauche ich nicht mit. Mikro-Hosts. Ja, ja. Und wir haben dann natürlich auch als Kontrast, das hat man auch schon in den Trailern gesehen, und hier ist er dann auch präsent, der wird wohl auch eine ziemliche Rolle spielen in dieser Staffel, ein sehr hoher Turm, der umgeben ist, irgendwie zumindest an der Spitze von einem Spinnennetz eigentlich schon. Das ist jetzt schon eigentlich eine interessante Symbolik. Haben ja eigentlich nichts verloren, ne? Ja, ja, aber Spinnen fressen fliegen. Oh, da haben wir wieder Verbindung. Ui, ui, ui. Jo. Besonders subtil, ne? Besonders, äh, ja. In meinen Stiefeld hier hat Jeff Goldblum noch rein. Aber ist so der mysteriöse Tower nicht auch so ein bisschen Klischee, aber naja. Ja, tatsächlich. Ich bin gespannt, was die daraus machen. Also ich muss sagen, ich finde das Design sehr toll. Mhm. Der Vorspann ist ja, ja, also in den Grundzügen, also das Klavierspielen des Skelettes bleibt uns erhalten, auch das selbstspielende Klavier. Ansonsten, äh, ja, sehen die Hosts jetzt irgendwie noch weniger menschliche aus. Es ist eigentlich nur noch ein gerenderter Totenschädel, äh, der auch teilweise eingefroren wird und wo dann auch mal irgendwie gezeigt wird, dass da was in Flammen gesetzt wird. Also es ist wieder, regt wieder auch wirklich in vielen Bildern visuell zum Nachdenken an, also wirklich ein großartiger Vorspann mal wieder. Hat schon, hat schon mich teilweise an ein Bond-Intro erinnert manchmal, wirklich. Also wieder ganz, ganz große Klasse. Wenn ihr da ein bisschen mehr, äh, vielleicht euch das ansehen wollt, HBO wird den bestimmt wieder auf YouTube veröffentlichen, wie sie es jedenfalls bei den, äh, anderen dreien auch schon getan haben. Ich hab mich einfach nur gefreut, die Musik von Ramin Javadi wieder zu hören, die ist einfach toll. Ja, die ist wirklich, wirklich toll, ja. Aber generell auch, also das Main-Theme ist, ist toll, was wir hier hören und, äh, was anderes, da kommen wir später zu, da kannst du ja, glaub ich, noch was zu sagen, Antilo, ne? So ist es. So ist es, genau. Ja, da kommen wir eigentlich auch zur eigentlichen Folge und, äh, es gibt tatsächlich als allererstes ein Wiedersehen mit Evan Rachel Wood in auch einer sehr vertrauten Pose, ne? Sie wacht erstmal wieder direkt auf. Genau. Und ist in ihrem Alltag. Richtig. Jetzt haben wir die aus Staffel 1 Bekannte, weil sie ist noch diese naive, unschuldige Frau, die eben, wie es scheint, in einer lesbischen Beziehung ist. Äh, ist ihrer Mitbewohnerin, glaub ich. Ja, ist ihre Best-Buddy, weil die sie ja auch verpuppeln will, ne? Deswegen glaub ich nicht, dass die zusammen sind, ja. Nee. Aber, aber sie ist, sie, ja, sie ist wieder in so einem Loop drin, kann man eigentlich sagen, so, also gerade diese Aufwachszenarien mit immer denselben, ja, Routinen, da, es erinnert einen schon sehr, nur diesmal, und ich sag, es steht ihr sehr gut, ist sie nicht mehr blond, sondern so ein bisschen rothaarig. Das steht ihr sehr, sehr gut, ja. Finde ich auf jeden Fall. Ich konnte nämlich ihr Blond nicht mehr sehen und auch ihr blaues Kleid konnte ich auch nicht mehr sehen. Aber ja, sie hat ja nicht nur eine andere Haarfarbe, sondern sie ist eine völlig andere Figur. Sie ist komplett lebensfroh. Sie ist komplett lebensfroh, aber sie hat doch Parallelen zu Dolores, denn sie malt genau wie Dolores. Und, äh, ja, sie ist ja auch so ein bisschen, also, sie wirkt jetzt nicht ganz so naiv, ne? Aber es sind so Spurenelemente von ihr vorhanden, die dann später auch nochmal zum Tragen kommen. Jedenfalls, ja, sie wacht auf und was ich schon mal sehr cool fand, wobei, das gibt's ja heute auch so, das ist jetzt nicht so futuristisch, äh, sie klappt ihr Bett hoch und das wird zum Kleiderschacken, ne? Fand ich tatsächlich sehr schön. Äh, wir erfahren dann auch relativ schnell im Zusammenspiel natürlich mit ihrer Mitbewohnerin, dass sie Christina heißt. Genau. Und bei ihrer Mitbewohnerin sind wir eigentlich schon beim größten Namen im Cast. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst war, Tino, wer das ist? Äh, eine Oscar-Preisträgerin, aber ich weiß nicht wofür. Äh, ja, die ist auch noch relativ frisch gebacken und die hatte hier auch noch nicht wirklich den großen Namen. Arianna DeBose, die hat ja jetzt ganz frisch den, äh, Oscar als beste Nebendarstellerin für West Side Story gewonnen. Ach da, okay, das, äh, deswegen kenne ich sie nicht, weil Musicals ist nicht so mein Ding. Danke. Ja, die ist auch eher in Musicals, äh, äh, vorher zu sehen gewesen. Also ich glaub, die war auch vorher in Hamilton. Ist doch auch ein Musical. Genau, richtig, richtig. Hör mal auf mit diesen Musicals. Schluss jetzt. Musical-freie Zone hier. Ja. Okay? Starlight Express, König der Löwen, raus, raus, raus. Sie ist auch in, in, äh, Craven the Hunter drin von, äh, DC nächstes Jahr. Ja, so, jetzt haben wir es wieder ausgeglichen. Craven the Hunter ist von Marvel. Ah, von Marvel. Frevel. Gut. Frevel. Weiter, weiter. Aber das war jetzt die letzte Marvel-Nennung, hoffentlich in diesem Cast hier. Ja, äh, die spielt ihre Mitbewohnerin, ich weiß gar nicht, ich, also für mich hat sie die irgendwie auch keinen Namen, habt ihr da irgendwas mitbekommen? Nein, bisher noch nicht. Gar nicht, ne? Nee, fällt mir auch nicht mehr ein. Nee, das Interessante ist eben, wir haben wieder eine neue Dolores-Version. Mhm. Oder Variante. Und ich denke, da wollte man noch nicht ablenken, sondern sie erst mal in den normalen Alltag zeigen. Sie ist jetzt quasi wieder am Stand von Staffel 1 und sie ist wahrscheinlich wieder kurz vor ihrer Reise, aber bisher ist es noch ihr normaler Alltag, in dem sie gefangen ist. Genau, und sie ist halt eine völlig andere Person, das muss man halt erst mal irgendwie akzeptieren, ne? Also ich, ich bin gespannt, was sie daraus machen werden. Ich meine, es war ja generell schon so ein bisschen irritierend, dass sie Evan Rachel Butts zurückholen und in welcher Form und wie sie es hier machen, erinnert tatsächlich, also es, ja gut, kann man vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber es erinnert tatsächlich sehr an Matrix Resurrections. Ja, aber es wird ja auch Teddy wieder zurückkommen in einer anderen Rolle, also James Masters. Das wird nochmal lustig. Ja. James Marsden, stimmt. James Marsden, genau, da kommen wir aber später zu. Was hier noch interessant ist, dass Ariana DeBose ihr irgendwie Schuhe vorhält und das hat mich so, also es war halt schwarz oder weiß, das hat mich halt so an die, an die, an die Auswahl halt im Park erinnert, ne? Die man da halt kriegt, bevor man reinkommt, ob man jetzt schwarzen oder weißen Cowboy-Hut nimmt. Stimmt, aber ist ja auch, ist ja auch immer bei der, bevor eine Partie Schach anfängt, ist ja auch immer die Frage, schwarz oder weiß, ne? Richtig, genau. Einer sagt, du darfst wählen und hat mich so ein bisschen erinnert. Es ist, also das Gespräch zwischen denen ist eigentlich relativ normaler Smalltalk, man hat den Eindruck, dass Ariana DeBose, wir nennen sie jetzt einfach so, Christina anscheinend verkuppeln will, unbedingt und dass Christina aber eher so ein bisschen zurückhaltender ist und was schon mal sehr geil ist, da haben wir wieder halt fancy Technik, die haben nicht nur Handys wie Spielkarten, sondern sie sehen halt aus, erneut, als wären sie aus Glas, ne? Ich hab da Schiss, dass das Ding kaputt geht bei diesen instabilen Handys. Ja, vor allem frage ich mich, wie ist denn das bei direkter Sonneneinstrahlung? Das ist ja scheiße eigentlich mit so einem Display, ne? Also ich meine, es sieht hier jetzt schon, also ich muss zugeben, es sieht schon geil aus, keine Frage, aber ich glaube, es ist auf Dauer, also würde man es wirklich im Alltag benutzen, wäre es, glaube ich, ein bisschen unpraktisch. Sie haben ja auch so ein Implantat, was sie immer aktivieren, so am Ohr, also das ist ja so gekoppelt per Bluetooth wahrscheinlich oder was weiß ich, was dann später kommt. Ja, vor allem, das ist ein interessantes Detail, Tilo, weil es ist nämlich exakt das, was Dolores auch in der dritten Staffel schon am Ohr hatte. Also wirklich exakt so ein Modell, womit sie dann sich wahrscheinlich auch immer wieder verknüpft hat mit diesem digitalen Assistenten, den sie da hatte. Richtig, richtig, ich erinnere mich, ja genau, den sie immer da Aufträge gegeben hat, was rauszufinden und so. Genau. Also es ist ein interessantes Detail, ich bin gespannt, wo das hinführt, also sind doch irgendwie so leichte Elemente von Dolores und es kann nur aus der dritten Staffel sein, weil, naja, wie sollte Dolores im Park selber an so ein fancy Equipment gekommen sein, das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Wir erfahren dann auch natürlich im Gespräch, was sie macht. Sie ist anscheinend eine Autorin und jetzt nicht irgendwie fürs Fernsehen oder so, sondern sie entwickelt Videospiele. Und auch da sind schon wieder die Matrix-4-Parallelen. Extreme Matrix-4-Parallelen, ohne dass wir Tilo jetzt hoffentlich hier zu sehr spoilern. Könnt ihr, glaube ich, nicht. So leidenschaftslos. Aber du schaust noch irgendwann. Ja, ja, ich schaue noch irgendwann. Aber er sieht nicht. Christina geht dann tatsächlich ihrem Job nach. Wir sehen dann tatsächlich auch die Stadt. Unter anderem sehen wir auch erneut wieder autonome Autos. Die finde ich immer noch ziemlich toll aus der dritten Staffel. Und was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Lampen, die da stehen, die sehen exakt aus wie dieser Turm. Ah, okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber es ist dasselbe Designer wahrscheinlich. Ja, ja, er ist dasselbe Produktionsdesigner, ja, Howard Cummings mal wieder. Aber Stichwort Turm, auf den wird nämlich nochmal Bezug genommen. Sie geht nämlich dann durch die Gegend und dann, ja, sind um sie herum halt Leute. Da ist jetzt auch nichts Besonderes. Sehr komisch ist das Gesprächsfetzen von Leuten, die einfach nur so an ihr vorbeigehen und irgendwie einen draufmachen wollen oder was, dass das im ersten Teaser gelandet ist. Bisschen komisch. Aber was viel interessanter ist, da ist dann ein Obdachloser mit einem Schild, wo auch tatsächlich dieser Turm abgebildet ist. Und der scheint irgendwie, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen paranoid zu sein. Also so ein bisschen The End is Nigh-Typus, nur halt mit dem Turm. Ja, dann ist der Turm wahrscheinlich echt sowas wie der Watchtower von den Bösen. Man hat auch gesehen, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, dass manche in der Fußgängerzone tatsächlich Maske getragen haben? Ja. Ja, stimmt, ja. Aber ich meine, dieser Obdachlose, der vor sich hin brabbelt und Prophezeiungen spricht und der augenscheinlich verrückt ist, aber dann wahrscheinlich gar nicht so sehr, weil er doch irgendwas weiß. Das ist auch so ein bisschen ein Klischee. Ja, 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 das ist recht. Das ist Ark Watchmen. Ja. Kennt ihr Half-Life? Habt ihr Half-Life gezockt? Ja, natürlich. Vor Urzeiten. Da gibt es ja auch diese Citadel, die Zitadelle, das ist ja auch so ein Turm der bösen Combine. Meinst du beim zweiten? Genau, ab dem zweiten Teil gibt es diese und das hat mich sehr daran erinnert. Also dieser Übergang-Fernsehserie-Videospiel, die ist ja bei Westworld sowieso gegeben, aber jetzt, wo sie auch noch für eine Softwarefirma Spiele entwickelt, ist die ja als endgültig geschlagen, die Brücke. Ja, die war ja immer da. Also ich kann mich noch erinnern, als die erste Staffel rauskam, da gab es sogar, also so ein kleines Video-Special vom YouTube-Kanal der GameStar und da hieß es dann auch, ja, das ist eine Serie über Videospiele und der Titel war irgendwie so, jeder Gamer muss diese Serie gucken oder sowas. Auch nicht schlecht. Also war schon, ja. Aber da sind wir vielleicht jetzt auch wirklich beim Thema, Thilo, ne? Ja, das da wäre. Denn Dolores ist ja tätig für ein Videospielkonzept. Ach so, ja, ja. Man sieht ja auch, wie sie, ja, wie Olympia Media, so, ne? Ja, Olympia Entertainment oder so ähnlich. Ja, genau. Und man sieht sie ja beim Arbeitsalltag, also mit was für einem Interface sie auch arbeitet, was sehr, ja, futuristisch ist. Sie spricht quasi dem Computer ein Szenario vor und der setzt es holographisch noch ein bisschen rudimentär um. Aber das ist schon ziemlich abgefahren. Ich habe jetzt neulich, kam ein Kumpel zu mir und hat gezeigt, es gibt jetzt auch so ein, im Netz so eine KI, die dir Bilder erstellt, indem du einfach ein Szenario eintippst. Und das ist schon ziemlich abgefahren, die halt nicht Bilder sucht, die es schon gibt, sondern erstellt es. Du kannst auch sagen, welcher Stil, eher Comicstil oder klassisch. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal irgendwie, Engel und Dämonen bekämpfen sich. Und dann hat diese Software vier so Bilder generiert, die das abbilden und die es quasi vorher noch nie gab. Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Und das ist so die Vorstufe zu dem, was wir da gesehen haben bei Dolores oder Charlotte, Christina. Genau, muss man sich dran gewöhnen. Ja, Charlotte kommt ja noch nicht. Ja, eben, eben das auch. Das ist ja auch, das ist ja auch, ja, da müssen wir uns jetzt eh, damit es hier kein Verwirrspiel gibt, ein für alle Mal, nehmen wir sie Char-Loris oder Hale-Loris? Ich werfe Hale-Loris, weil Hale eher im Kopf ist als Charlotte. Ich habe jetzt Charlotte mehr im Kopf, also bei mir ist es andersrum. Ja, gut. Mir ist egal, man gewöhnt sich an alles. Also ich fand es extrem toll, das ist ja auch wirklich, also sie quatscht wirklich so einen Pitch da rein. Und was da auch wieder halt sehr interessant ist im Hinblick auf, ja, ihr früheres Leben so ein bisschen. Sie quatscht da irgendwie rein, ja, eine junge Frau, aber dann doch nicht so jung. Und dann passt das Hologramm das auch direkt an, ne? Sie lebt mit ihrem Vater auf dem Land, ach nee, doch lieber in der Stadt. Also da ist halt auch wieder, ne? Sie lebt alleine auf dem Land mit ihrem Vater, da kommt halt irgendwas durch von früher. Da klingelte bei mir grad gleich was. Also auch dann hat es mich gewundert, dass sie dann doch in die Stadt ist. Fand ich auch witzig. War vielleicht auch so eine kleine Verarsche. Ja. Es gibt echt so ein Dutzend Momente, wo du denkst, schlummert in ihr nicht wirklich noch die gute alte Persönlichkeit und kann irgendwie freigeschaltet werden. Also dass die nur quasi wie so ein Backup draufgespielt wurde, aber unten drunter schlummert immer noch die alte Dolores. Wie es auch zum Beispiel beim Vaterhost war, was dann ja für eine Hirnschmelze gesorgt hatte. Ja gut, das war ja die Reverie, aber hier könnte es zum Beispiel so ähnlich sein wie mit Hale. Also dass die Persönlichkeit von Hale versuchte, an die Oberfläche zu kommen bei Hale-Loris in der dritten Staffel. Die hat sich dann ja auch geritzt und so weiter, weil die die förmlich aus sich raushaben wollte. Das könnte natürlich sein. Es gibt ja auch schon verschiedene Theorien zu Christina. Da können wir ja vielleicht im Verlauf noch ein bisschen drauf eingehen. jedenfalls kommt sie nicht sonderlich weit mit ihrem Pitch, weil sie wird von ihrem Chef angequatscht und der ist ziemlich unzufrieden und nimmt sie mal kurz beiseite mit in sein Büro und sagt, ja, also ihre Performance lässt irgendwie nach und ihre Ideen sind jetzt nicht so der Brüller, denn sie wollen irgendwie immer nur Romanzen und die Leute wollen aber in erster Linie Sex, Gefahr und Gewalt haben. Und auch da wieder die Parallele zu den alten Westworld-Programmen, wo das am Anfang der romantisierte Western war und dann später zu diesen kompromisslosen, brutalen Touristen-Western geworden ist. Ja, und vor allem immer feingliedriger. Also in der ersten Staffel Westworld heißt es ja auch, die Hosts waren mal viel rudimentärer und programmiert und dadurch auch leichter zu kontrollieren. Und mittlerweile, also in der ersten Staffel schon, haben die ja irgendwie auch die Kontrolle darüber verloren und das war ja dann auch das Ansinnen des Vorstands, Robert Ford rauszukicken so ein bisschen und die Hosts wieder, ja eben, leichter lenkbar und besser konsumierbar zu gestalten, ne? Weil es dann hieß, die meisten Leute, die hier hinkommen, wollen halt einen warmen Körper zum Erschießen oder zum Vögeln. Ist halt so. Ja, war eine schöne Brücke zur ersten Staffel, fand ich toll, die Anspielung. Ja, auf die Art vor allem, ne? Also das, in dem Typen habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Lee Sizemore, Iron Fink gesehen, wenn ich ehrlich bin. Den vermisse ich ein bisschen, war ein toller Charakter. Nicht nur ein bisschen. Vor allem hat der so viel emotionale Tiefe dazu bekommen, der Sizemore. Starb den Heldentod. Der kam ja nur als digitale Erinnerung in Staffel 3 zurück. Ich bin gespannt, ob sie hier noch mal rausholen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der ist durchgespürt. Glaube ich auch nicht. Dafür ist Teddy ja wieder da. Genau. Den habe ich vermisst in der letzten Staffel. Spoiler. Spoiler. Ja, jedenfalls, sie will lieber Romanzen schreiben und er gibt ihr aber eine Vorgabe. Jeder muss sterben. Und er macht dann auch, also er sendet ihr dann auch einseitige Signale, wenn sie jetzt nicht so langsam das tut, wofür sie bezahlt wird, dann kann sie sich einen neuen Job suchen. Hat er auch wieder sowas von Matrix von wegen, entweder sie sitzen ab sofort pünktlich an ihrem Schreibtisch oder sie machen sich auf die Suche nach einem neuen Job. Ja, die Matrix-Vergleiche hören nicht auf. Ja, die hören wirklich nicht auf. Also hier ist es, also zu Matrix 1 oder 4, es ist hier ganz schlimm. Dann wird aber vor allem noch angedeutet, und es zieht sich dann ja so durch die ganze Folge, dass sie immer wieder von jemandem angerufen wird, der anscheinend, ja, sie hat einen Stalker, man kann es wirklich sagen, ne? Ja. Der auch immer wieder sagt, dass ihr Spiel, was sie entwickelt hat oder auf jeden Fall irgendwas, woran sie daran beteiligt war, dass das sein Leben ruiniert hat. Sie fühlt sich, also das kam auch schon in der Szene mit Ariana DeBose durch, dass sie sich irgendwo auch beobachtet fühlt, ne? Also das ist schon ein bisschen komisch und das führt ja auch noch tatsächlich, also das zieht sich wirklich so durch die Folge hier mit ihrem Stalker. Da deutet sich ja schon an, also sie ist eine Spieleentwicklerin und er sagt, er hat es, was sie schreibt, hat ihn kaputt gemacht. Also das ist ja auch so dieses, ich sag mal, ja nicht ganz klassisch, aber so bekanntes Thema. Da ist jemand, der eigentlich Fiktion erstellt, aber das ist für irgendjemand dann real. Das gibt es ja auch oft in der Science Fiction und deswegen glaubt man jetzt nicht, dass das ein verrückter Stalker ist, sondern dass da schon irgendwas dahinter steckt. Und ich bin mal gespannt, was. Ja, definitiv. Also ich meine, wir kriegen ja noch ein bisschen mehr davon, aber wo das genau hinführt und ihre Figur ist halt so ein bisschen, also sie ist jetzt keine totale Swings, aber ich bin wirklich gespannt, wo das mit dieser Christina hingehen wird und was da so hinter steckt. Also da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, dass, wie gesagt, es gibt schon einige Vermutungen, was da sein könnte. Aber dann haben wir erst mal einen Sprung in ganz andere Gefilde, auch wettertechnisch, denn wir springen zu Maeve. Fendi Newton, die ja mittlerweile nur noch Fendiwi Newton genannt wird. Könnt ihr mir erklären, warum? Die hieß eigentlich immer so. Die ist gebürtig aus Zimbabwe und die hat aber wohl ihren Namen ändern müssen, weil das nie jemand richtig aussprechen konnte in Hollywood. Aber bei Stellan Skarsgård ging's doch auch. Ja, ich glaube, der hat's einfach irgendwann aufgegeben. Ja, das kennt man. Ja. Genau wie Erling Haaland, wenn du Erling Haaland genannt wirst. Ja, ja, genau. Aber jetzt weg vom Fußball, wir sind ja bei Science Fiction, das beißt sich, das beißt sich total. Ja, okay, aber interessant. Ja. Aber nee, ich meine, bestes Beispiel vielleicht auch, dass Larry Fishburne, der sich irgendwann Lawrence Fishburne genannt hat. Wir sind bei Matrix wieder, oh mein Gott. Weil der gemeint hat, das ist Larry, das ist einfach mal Jugendname gewesen und jetzt bin ich zu alt dafür, deswegen nenne ich mich Lawrence. Also vielleicht das kleine Parallele. Lawrence hat auch mehr Stil. Eben. Lawrence Fishburne ist eh eine ziemlich coole Sau von daher. Oh ja. Auf jeden, ja. Äh, wir sind bei Maeve, die irgendwo im, nirgendwo im Schnee ist anscheinend. Ich weiß nicht, Wisconsin oder vielleicht sogar Alaska, auf jeden Fall sehr hoch im Norden. Wieder so Breaking Bad mäßig. Ja. Musste ich auch direkt dran denken, Thilo. Auf jeden Fall. Ja. So, so Aussteiger mäßig, ne? Ja, genau. Irgend so eine Blockhütte, da gibt's nur einen Shop. Genau. Weit und breit. Und eine Straße hin. Ja, und einmal im Monat oder alle paar Monate kommt dann dieser Identitätentyp und bringt einem dann irgendwie ein Kanister Öl mit oder so. Genau. Ja. So ist es. Ja. Ja, äh, hier hat's Melfin verschlagen, warum auch immer. Auf jeden Fall, sie sitzt in einem ziemlich dunklen, abgeschiedenen, ja, wirklich in einer Blockhütte und hat dann Flashbacks und, ach, ja, die Folge hatte so schön angefangen. Wovon hat sie natürlich Flashbacks, Thilo? Von ihren Kindern. Aufhören, bitte aufhören von der nervigen Tochter. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich dachte, das haben wir endlich hinter uns. Obwohl, man muss sagen, es waren immer mal neue. Es war nicht mehr, wie sie mit ihrer Tochter durch die Felder zieht, weil dann hätte ich wirklich gekotzt. Das geht mir so auf den Zeiger. Ja. Stattdessen trinken sie irgendwelchen fiktiven Puppenwelten-Tee oder was weiß ich, aber. Ich hab gar nicht so genau hingeschaut, weil ich schon bei mir auch schon der Magen getreten hat. Ja. Aber schön zu hören, dass es nicht nur mir so ging. Ja. Ich kenn den Leuten, die hätten da jetzt einen Schnaps drauf getrunken. Ich sag nur Torben. Da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Ja. Ja, ich glaub, wir machen irgendwann mal ein Westworld Recap meets Drunkcast so ein bisschen. Ja. Ein Trinkspiel einbauen. Genau. Jedes Mal, wenn Maeve irgendwas mit ihrer Tochter channellt oder was auch. Furchtbar, ey. Bei jedem Kloser auf Augen ein Schott. Oder so. Oder bei jeder Fliege. Dann überlebst du aber nicht das Cold Open hier. Wird schwer. Wird schwer. Ja. Oder bei jedem Mal, wo man sich fragen muss, wer ist da jetzt da, Bernard oder der andere? Also bei jedem Mal, wo man sich fragen muss, ist das jetzt der Host oder die Originalperson? Boah, das wird auch hart. Das fällt uns erst bei Staffel 4 ein. Auch sehr drollig. Ja. Aber wir sehen ja zum Glück nicht nur Daughter-Flashbacks, sondern auch welche. Wir sehen ganz kurz Hector, der sogar auch noch in den Credits auftaucht. Also hier Rodrigo Santoro. Aber zum anderen auch Caleb Aaron Paul. Es wird sogar in der Rückblende kurz gezeigt, wie sie anscheinend irgendeine Facility von Rehoboam zerstört haben. Und wie Caleb dabei wohl sehr stark verletzt wurde. Wie man das ja kennt bei Hosts, die rufen ja Erinnerungen nicht einfach nur ab, sondern die durchleben sie. Und das scheint Maeve alles so sehr aus dem Konzept zu bringen, dass erst bei ihr im Haus der ganze Strom ausfällt. Und auch in der Umgebung anscheinend. Also ich denke mal, das war zumindest ein Häuserblock. Und ich muss gestehen, also ich habe die Folge ja zweimal gesehen. Erst habe ich es nicht so verstanden, was da jetzt passiert ist. Wie war es bei dir, Thilo? Bei dir ist es ja auch schon länger her mit Staffel 3. Ja, sah für mich auch wie so ein klassisches, irgendein Psychic hat solche Fähigkeiten, wenn er sich zu sehr anstrengt und so, dass dann alle Schaltkreise durchbrennen. Ist ja auch irgendein so ein klassisches Motiv. Und ich fand es auch ein bisschen Panne. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Nee, wir haben das seit Staffel 3, dass sie ein bisschen die Technik durcheinander bringt. Also sie hat in Staffel 3 schon für so ein paar Stromstörungen gesorgt. Ja, besonders als sie da durch Singapur stromert, wortwörtlich, in Staffel 3. Die ganzen, weiß ich nicht, Bildschirme und so weiter flackern dann oder brechen komplett zusammen, wenn Maeve da irgendwie durchgeht. Das hängt wahrscheinlich auch mit ihren wahnsinnigen Administratorrechten zusammen, könnte ich mir vorstellen. Und sie ist natürlich auch ein Fremdkörper, das darf man auch nicht vergessen. Das unterstreicht das vielleicht auch nochmal. Auf jeden Fall hat es uns auch gezeigt, dass sie einfach immer noch fucking powerful ist. Dass sie anscheinend doch noch mit Strom und allem möglichen um sich herum richtig finden kann. Ja. Aber wir machen dann auch eigentlich, also das ist schon auf jeden Fall ein Negativpunkt, den man generell, und das merkt man jetzt auch an unserem Recap, diese Folge ist sehr sprunghaft. Zum Ende hin geht's dann, weil dann die Fäden zusammengeführt werden, zumindest zwei, aber es ist wirklich so eine Status-Quo-Folge, wer ist noch da, wer ist wo und wer ist vor allem wann wo. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das hier alles noch ein bisschen komplizierter ist. Also uns wird das zwar hier alles verkauft, als würde es in einer Timeline spielen, aber wer weiß. Nee, ich glaub bei Westworld nie nur diese eine Timeline den Gag hast in der ersten Staffel bringen können, aber mittlerweile sind wir schlauer und wissen, da gibt's schon nicht umsonst diesen Jahressprung von sieben Jahren und irgendwo wird sich das dann irgendwann zeitlich überschneiden. Aber ich glaube nicht, dass das alles direkt zeitgleich spielt. Nee, ich auch nicht. Es wird halt wieder so geschnitten. Ich muss ja zugeben, ich hab bei der dritten Staffel dann echt zu kompliziert gedacht, was die Timeline angeht. Dabei war es deutlich gradliniger. Ich bin gespannt, was jetzt hier Sache ist. Ja, aber die hören eben immer auf unser Zuschauer-Feedback, wenn wir sagen hier, also nicht auf unsere, sondern generell auf das Zuschauer-Feedback. Die erste Staffel war den Leuten zu leicht, da haben sie es zu schnell durchschaut, dann haben sie es in der zweiten Staffel übertrieben, dann haben sie in der dritten Staffel wieder zurückgerudert und jetzt versuchen sie wieder ein bisschen komplexer zu schalten, hab ich das Gefühl, weil wir in der dritten Staffel gesagt haben, auch irgendwie war das zu einfach. Ich würde auch nicht sagen, dass es bei der ersten Staffel zu einfach war. Sie haben einfach unterschätzt, wie das Internet funktioniert. Also, gerade bei der Serie, ich meine, ich glaub, die Reddit-Sektion bei der ersten Staffel, die wurde so schnell gegründet, dass man gar nicht gucken konnte. Es ist ja wirklich heute so, man hat irgendwie YouTube-Kanäle, die jeden Trailer-Schnipsel und jede Szene einzeln auseinandernehmen und da haben dann viele eben schon damals sehr früh erraten, dass das anscheinend in zwei Zeitebenen spielt und dass William der Man in Black ist und ja. Naja, aber viele haben spekuliert, dass der Park gar nicht auf der Erde ist und Rot und so, das hat auch nicht gestimmt. Also, nicht alles stimmt da, was die sich aus den Fingern sagen. Obwohl ich mich immer noch, immer noch gefragt habe, insbesondere nach Staffel 3, ob der Park überhaupt wirklich echt ist, weil es ist so eine gigantische Anlage. In der ersten Staffel wird, glaub ich, erwähnt, dass es drei Monate dauert, den ganzen Park zu durchqueren. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das zu Fuß ist oder vielleicht per Pferd oder was. Was auch immer. Aber das muss man sich mal vor Augen führen. Ich meine, das ist auf einer Insel irgendwo im chinesischen Meer. Wie groß soll denn das sein? Oder es ist ja auch nicht nur der einzige Park. Das kommt ja auch noch dazu. Ah, wird schon groß genug sein, die Insel. Es sind ja sechs Parks. Parks haben wir auf jeden Fall hier noch nicht. Dafür haben wir, ja, Caleb erneut. Aaron Paul jetzt mit etwas längeren Haaren und Bart. Und er macht lustigerweise immer noch genau dasselbe wie in Staffel 3. Er ist Bauarbeiter. Aber er hat einen anderen Kumpel. Genau. Kein Roboter mehr. Der darf nicht mehr ran. Fand ich super interessant. Und es war auch wirklich, also da hat man auch nochmal wirklich den Production Value hier einfach gemerkt, ne. Das sieht schon echt toll aus, auch wie er dann da am Rand des Wolkenkratzers sitzt und seine Mittagspause macht. Wobei ich nicht glaube, dass sie ihn da drauf gesetzt haben. Aber, ne, das war schon toll. Aber ich muss zugeben, bei dem Gespräch von den beiden habe ich nicht ganz so viel mitgekriegt. Da kommt ja auf jeden Fall auch nochmal durch, dass es hier einen Sprung von sieben Jahren gab. Und sie kommen auch, glaube ich, auf die Riots. Also halt auf die Proteste am Ende von Staffel 3 zu sprechen. Eben. Und dass es deshalb auch keine Roboter mehr gibt, die diese Arbeit machen, was die da machen. Genau, richtig. Und trotzdem meint dann aber sein Kollege, dass die ja irgendwie, dass die A keinen Anlass hatten und dass die B auch irgendwie nichts gebracht haben. Weil er fragt dann Caleb so, ja, also, was hat sich denn seitdem in deinem Leben geändert, ne? Nix. Naja, also in Calebs Leben hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Denn er ist, ja, ich weiß nicht, ob es eine Ziehtochter ist, aber auf jeden Fall, er ist Familienvater. Ja. Also er ist auch verheiratet, was ich sehr schön fand, weil wenn man sich erinnert, Rehoboam hielt ihn ja in Staffel 3 für so aussortierwürdig, dass Selbstbeziehungen, die er hatte, vom System verhindert wurden, damit er sich nicht fortpflanzt, ne? Ja. Und weil er sich ja eh bald umbringt, ne? Ja. Ja, genau. Rehoboam hat seinen Selbstmord schon vorher gesagt, so, das ist der Durchschnittstyp, der sich irgendwann umbringt. Vor allem nicht nur vorhergesagt, sondern auch noch eingerichtet, ne? Wir erinnern uns, Rehoboam hat ja selbsterfüllende Prophezeiungen hervorgebracht und dann alles dafür getan, damit die auch wahr werden, ne? Ja. Es hätte mich nicht gewundert, hätten sie Futurama-mäßig da noch eine Selbstmordzelle vorhin hingestellt, dass das dann auch zu dem vorhergesagten Zeitpunkt passiert. Ja. Aber mich hat's tatsächlich gefreut, dass er jetzt, dass er eine Familie hat und was ich auch sehr schön fand, dass es eine Misch-Ehe ist. Also er hat eine schwarze Frau, eine schwarze kleine Tochter, die hier Schießübungen mit einer Dose und einer Spielzeugpistole macht. Ja, ich mein, Diversity muss ja jetzt immer überall sein, deswegen war das ganz klar, ne, dass er eine schwarze Familie hat. Weiß ich, für mich war das ein bisschen mit dem Holzhammer. Ja. Nee, ich find's traurig, dass man das immer noch betonen muss, aber wenn man dann auf die Kommentarspalten geht, dann stellt man schockiert fest, ja, leider muss man das. Also ich fand's jetzt eigentlich nicht irgendwie erzwungen oder so, es wird jetzt auch nicht groß kommentiert, es ist einfach gegeben, also ich fand's tatsächlich schön, aber bei Tier Thilo weiß ich ja auch, dass du nicht so der größte Freund von Aaron Paul in dieser Serie bist, ne? Da muss man jetzt, muss ich selbst ein bisschen zurückrudern. Klar, letzte Staffel, ich fand ihn fehlbesetzt, ich hab ihn diesen Supersoldaten einfach nicht abgenommen, hat er nicht so reingepasst. Ich hab mich jetzt aber beim Auftrag dieser Staffel echt gefreut, den wiederzusehen, weil ich erstens mal den Schauspieler schätze, weil ich einfach Breaking Bad auch super fand und jetzt auch in dieser Rolle eben als Familienvater, der aber trotzdem immer noch so mit den Dämonen der Vergangenheit zu kämpfen hat, gefällt er mir einfach viel besser. Und er ist jetzt auch nicht so der Super-Über-Typ, sondern er ist auch immer so ein bisschen der, ja, nur mit Schützenhilfe so ein bisschen weiterkommt. Das steht ihm besser und, nee, ich freu mich, dass er wieder dabei ist und bin gespannt, wie's weitergeht mit ihm. Vor allem in der dritten Staffel, da ist seine Entwicklung zu diesen Supersoldaten ähnlich schnell passiert, wie die Entwicklung von Khaleesi in der letzten Staffel von Game of Thrones. Und einfach so als Parallele, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt ist das eben so vorausgesetzt, ihn jetzt wieder menschlicher zu sehen, das hat mir auch gut getan, dass er da quasi in seine Rolle wieder reingedrängt wird und der eigentlich gar keinen Bock hat. Das hat mir schon sehr gefallen. Wobei ich sagen muss, für mich war das die most boring Szene der Folge, weil die mussten halt jetzt einführen, oh, er hat Frau und Tochter und dann dieses, also ich weiß nicht, wie's euch geht, aber diese Szene, Elternteil bringt Kind das Schießen bei, indem er zwei Sätze sagt oder sie und dann das Kind plötzlich wie ein Scharfschütze schießt. Das ist so, auch so ein Klischee, so ein Abgedroschenes, das wollte ich eigentlich nie wieder sehen. Und dann wird halt... Oder noch mit Dosen. Ja, ja, eben. Und dann wird halt etabliert, oh ja, ihr seid alles für mich und also um die Messlatte einfach hochzusetzen, das sieht man halt sofort, oh, jetzt müssen wir die Familie etablieren, damit wir irgendwie was haben, was dem wichtig ist, dem Protagonisten, dass er auch eine Schwachstelle hat oder eine verletzbare Stelle. Ich kann nur die Uhr danach stellen, wie entweder die Tochter oder die Frau irgendwie bald als Geisel gegen ihn verwendet wird. Für mich war der klischeehafteste Moment eher am Ende der Folge und die hat dann mit ihm was in Verbindung mit Maeve zu tun, wo ich dachte, ach nee, ist das jetzt euer Scheißernst? Okay, ja, da können wir... Da hab ich genervt aufgespült. Da können wir dann noch drauf kommen. Ja, er bringt seiner Tochter jedenfalls Schießen bei, mit Dosen und man merkt aber trotzdem, dass halt in seiner neuen Familie nicht alles so heiti-teiti ist tatsächlich, weil, ja, er hat halt immer noch PTSD. Und kann auch nicht so wirklich abschalten. Und ich muss sagen, ich fand ein Detail, ich weiß nicht, habt ihr's gesehen, da ist nämlich an der Mauer, wo sie da stehen, ist ein Graffiti. Und da ist ein Host abgebildet oder auf jeden Fall ein Roboter. Da steht eigentlich My Brain, My Choice. Und das ist, äh, da ist dann aber das, ähm, äh, das, das AI von Brain ist durchgeschrieben, sodass da nur noch My Bran, My Choice steht. Oh, meinst du, das ist eine Game-of-Thrones-Referenz oder wie? Ja, ich hab's gesehen, mir ist es aufgefallen und, äh, ich hab schon mir gedacht, dass das jetzt so eine wahnsinnig kluge Anspielung ist. Oder, oder einfach nur, äh, das ist ein Zeichen dieser Post-Ride-Zeit, äh, dass die einfach diesen KIs und so allen dermaßen, ja, ähm, skeptisch gegenüber sind und mit so Robotern und sowas eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen. Also, ich glaub einfach, dass es, dass es darum ging, das AI durchzustreichen, was halt für Artificial Intelligence steht. Ich glaub, das war der Gag. Stimmt! Oh, das ist eher Collateral Damage. Ja, ja. Oh, mit AI, das ist super. Das ist super, da hast du recht, das ist es, ja. Dann war ich da jetzt wirklich auf dem falschen Dampfer, aber das ist, äh... Der Reho-Bow. Das, ja, ja, der Rebo-How. Ah ja, stimmt, du konntest den Namen nicht leiden, ne? Die Reha-Bow. Die Reha-Bow, genau, ja. Das, äh, in Bayern wird das Ding bestimmt installiert, das glaub ich gerne. Genau. Jawohl, Blasmusik. Wir haben dann wieder, äh, einen Schnitt zu Maeve, die, äh, ja, Thilo hat's ja schon gesagt, äh, weit und breit ist, glaub ich, nur ein Geschäft. Und das ist, wie immer. Das ist irgendwie ein Handwerker-Fachhandel. Und wird von so einem bärtigen Typ mit Holzfällerhemd und Weste gebührt, ne? Ja, genau. Und was kauft sie sich da, äh, ich glaub, reden die kurz darüber. Oder dass sie die nur einmal gesehen hat oder so? Ich, ich weiß es nicht. Den Dialog, den hab ich nicht so richtig mitbekommen. Auf jeden Fall kauft sie sich da eine Axt. Was auch sonst, ja. Aber warum? Warum? Weil sie, weil sie gehört hat, dass da Leute waren, die nach ihr gefragt haben, sagt ja der Ebenarbeiter Stores. Stimmt, ja, genau. Und deswegen kauft sie die Axt und haut gleich wieder ab. Und, äh, wie man dann auch sehr schnell merkt, ist ihre Sorge ja auch nicht unbegründet. Denn als sie zurückfährt mit ihrem, ich glaub, so Pickup oder was, was man halt so fährt in so einem Gelände, ne? Sind dort bewaffnete Männer. Die fackeln dann auch nicht lange und eröffnen relativ schnell das Feuer. Aber sie schafft es, die zu täuschen, indem sie nämlich irgendwie, glaub ich, das Auto auf die Straße lenkt, sodass es weiterfährt. Und sie sitzt dann beim Hintergrund, glaub ich, mit einem Scharfschützengewehr. Und, ähm, ihr gelingt es dann tatsächlich, die Leute relativ schnell auszuschalten. Ja, in wunderbarer Manier, muss ich sagen. Da hat dann wieder die Serie geglänzt mit relativ blutiger, gut choreografierter Action. Ja. Hat mir auch sehr, sehr gefallen. Ich fand's klasse. Gekrönt dann noch von der Axt. Also, ich find Maeve immer am besten, wenn sie nicht ihrer Tochter hinterher trot. Das fand ich wieder super. Das geht uns allen doch so. Ja, das geht uns wirklich allen so. Also, äh, Christopher ist ja, glaub ich, der größte Maeve-Fan von uns. Schöne Grüße an ihn. Nächste Woche ist er hoffentlich dann mit dabei. Aber auch er hasst es. Aber auch er hasst es. Also, dieser Tochter-Plot ist ... Wie total. Totgelast. Im wahrsten Sinne. Nun, ja. Ja. Aber schön, wie Maeve dann eben diesem Anführer dieser Männer dann noch sagt, ja, jetzt sei ein Guter und mach die Augen zu und die Axt geht runter. Dann sehen wir aber warum. Sei ja braver, Junge. Weil sie den abgetrennten Schädel natürlich noch mitnimmt. Genau. Um diesen Pearl rauszukramen. Genau, oder sich zumindest irgendwie mit dem zu verknüpfen. Weil sie kann dann ja, da sie ja weiß, dass alle Hosts auch schon im Park sämtliche Geschehnisse und Begegnungen und so weiter aufzeichnen mit den Augen, kann sie das sich dann wie so ein Überwachungsvideo ansehen. Und da sieht sie dann eben nochmal diesen, ja, kariertes Hemd und ohne Frau, der Mann studiert Maschinenbau, nicht ganz, aber bei dem, also die haben ja nach ihm gefragt, nach ihr gefragt tatsächlich bei dem Typen in dem Fachhandel. Und sie sieht aber noch jemand anderen in den Aufzeichnungen, nämlich William. The man in black. The man in black. Und er sieht hier auch, ja doch, er sieht hier eigentlich genauso aus wie in der Rückblende. Er ist da irgendwie auch, weiß ich nicht, da sind irgendwie Limousinen oder was, wo man irgendwie kurz aussteigt, sieht man da nur wirklich ganz kurz. Hatte so ein bisschen was von so Denkariumszeug in Harry Potter eigentlich. Und ja, da ist Maeve dann endgültig alarmiert und weiß dann auch natürlich so langsam, wo die Hosts, die ihr nach dem Leben trachten, herkommen. Passt für sich den Entschluss, dass sie dort nicht mehr sicher ist und fackelt kurzerhand ihre Blockhütte ab. Auch so dieses typische Aussteiger-Klischee in Serien. Ja. Bin nicht mehr sicher, ich muss die Bude abfackeln. Verbrenn alle Brücken hinter mir, quasi auch die Bude, ja. Ja, am besten wär's noch, wenn der Typ aus Breaking Bad, der einem neue Identitäten verschafft, wenn der genau in dem Moment dann reingefahren kommt und meint, sag mal, was machst du nur mit meiner Hütte? Ach, Robert Forster war das ja. Der Schauspieler ist nun leider tot. Leider verstorben, ja. Oh, ach stimmt, der ist verstorben, ja. Der hatte nochmal einen Auftritt, glaube ich, in Better Call Saul, ne? In El Camino. Da hatte er seine letzte Rolle. Im El Camino-Film kam er da nochmal vor. Stimmt, und ich glaube, der ist entweder einen Tag vor oder nach der Veröffentlichung gestorben. Ich glaube, einen Tag danach, oder, ja. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, Rest in Peace, kommt hier eh nicht vor. Ja, ist ein bisschen klischeehaft. Ich fand auch, ich weiß nicht, ich glaube, die Flammen im inneren Teil, die waren auch digital, ne? Und das sah man leider auch. Und übrigens, Dexters Blockhütte ist ja auch abgefackelt. Ah, Mann. Ja, ist wegen Klischee. Nun ja, wir verlassen Maeve nochmal ganz kurz und springen zur Dolores. Du meinst Christina. Ach stimmt, ja, Christina. Ah, ja, da fängt es schon an. Äh, ja, Tilo. Äh, es fängt schon an hier. Ja, äh, Christina. Ja, ja, ich merke's. Christina geht abends nach Hause und nimmt einen Anruf über ihr Fancy-Ohr-Com-Link entgegen. Und wer ist natürlich dran? Ihre Mitbewohnerin Arianna DeBose, die sie jetzt irgendwie mit auf eine Veranstaltung zerren und sie verkuppeln will. Zwischendurch kommt Christina dann in ihre Wohnung und hört irgendwie, glaube ich, was auf dem Balkon. Ja, da deutet sich dann auch schon wieder was an, denn auf dem Balkon ist ein sehr, sehr, sehr vertrautes Symbol. Das Labyrinth. Labyrinth. Äh, auf dem Boden. Genau, das Labyrinth. The Maze. The Maze. Ja, was angefühlt tausend Stellen in Westworld zu finden war. Und ich bin gespannt, ob hier irgendwelche Ghost Nation Hosts rumkreuchen und das überall an die Wände schmieren. Ich würde mich freuen. Wobei, äh, das ist mir dann in dem Zusammenhang auch wieder eingefallen, das war so komisch in der, äh, dritten Staffel. Da waren noch keine Riots im, im Gange, aber da kochte diese Stimmung so langsam hoch und da geht dann auch, äh, Hey Loris irgendwie nach Hause, weil sie zu ihrer Familie will, also auch von der Arbeit. Und da sieht sie dann auch schon das Labyrinth-Symbol groß als Graffiti in einer Seitenstraße. Bin ich mal gespannt, ob das hier vielleicht sogar ein Rückbezug darauf ist. Ja, äh, jedenfalls ihre, äh, Mitbewohnerin schleift sie dann zusammen. Ja, ich weiß gar nicht, Blind Date ist das, glaube ich, denke ich mal, ne? Ja, ja, sowas ähnliches, ja. Christina meint dann irgendwie, soll ich mich nicht einfach so verhalten, wie ich bin? Und, äh, dann meint Ariana DeBose zu ihr, ja, guck dir doch diese Welt an, hier will keiner Wahrheiten. Weiß ich nicht, die ging ein bisschen an mir vorbei, die Szene. Ja, die war jetzt auch nicht so wichtig. Äh, da sah man allerdings auch wieder Kellner mit Maske, fand ich sehr interessant. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber dann, glaube ich, sind wir schon bei diesem Blind Date gelandet und jetzt war meine Frage, kam mir der Typ bekannt vor oder nicht? Oder irre ich mich? Ich glaube, er soll einem bekannt vorkommen, auch im Hinblick auf, auf die Schlussszene der Folge. Aber ich glaube nicht, dass es schon James Marston war. Nee, nee, das nicht, aber... Der sollte ähnlich aussehen. Ein anderer, den man schon mal gesehen hat, ja. Oder es sah fast auch ein bisschen ähnlich dem jungen William. Ja, ja, da haben wir auch schon wieder den Reboot-Charakter, wenn wir jetzt bei Matrix 4 wären, hätten wir gesagt, ja, okay, das sind die alle nur komplett neu besetzt. Sind wir aber nicht. Nee, zum Glück nicht. Ja, naja, auf jeden Fall dieses Blind Date, das geht natürlich, wie man sich's vorstellen kann, nicht so ganz toll. Der Typ ist auch so ein bisschen so ein Lappen, ne? Der nur sagt, ey, wenn's dir scheiße geht, da gibt's doch Pillen dagegen für alles, ne? Ja. Und auch wenn sie sagt, vielleicht liegt's doch nicht an mir, sondern an der Welt, die kaputt ist, sagt er, ja, auch dagegen gibt's Pillen. Oder wie sie es nennen, Tabs oder was sie dazu sagen. Da gibt's auf jeden Fall Medizin dagegen. Der hat ein wunderbares Einfühlungsvermögen. Der fragt dann ja auch eher so ein bisschen gelangweilt, ja, du bist ja Autorin, aber was machst du jetzt eigentlich? Und sie erzählt dann, erzählt sie, dass sie Dialoge für NPCs schreibt? Ich glaube schon, ne? Ja, ich hab mir die Stelle zweimal angeschaut und sie sagt dann eben NPCs und dann fass ich ein bisschen Panne auffahren, wo er dann meint, äh, was ist denn das? Obwohl er sich selber als Gamer geoutet hat. Ja. Also, wenn der nicht weiß, was ein NPC ist, dann, ich glaub, das wurde einfach für den Zuschauer, der nicht so Zocker ist, äh, einfach nochmal erklärt. Und da bin ich wahrscheinlich froh, dass wir ihn nicht in der deutschen Fassung gesehen haben, sonst hätten sie nicht Spielercharakter gesagt. Wir werden sehen, was die Synchro kann demnächst. Aber ich meine, sie haben ja auch, äh, ja gut, da ging's ja nicht mehr anders. Ich meine, sie haben ja im Deutschen immerhin wirklich Hosts und Newcomer stehen lassen, ne? Aber Hosts, ich meine, das ist ja sehr viel länger, äh, kürzer als Gastgeber, ne? Und das kriegst du auch nicht lippensynchron, das kannst du vergessen. Ja, ich weiß nicht, also, es läuft nicht wirklich so toll mit dem. Die geht dann mal kurz irgendwie sich frisch machen oder sowas, ne? Weil sie den Kerl irgendwie auch von der Hacken haben will. Und dann meldet sich wieder dieser komische Stalker am Telefon und droht ihr tatsächlich auch, weil, äh, wieder, ah, du zerstörst mein Leben und alles mögliche. Dein Spiel hat mein Leben zerstört. Alles so halt in die Richtung. Ja, aber wie du schön sagst, dann wird er schon, äh, dann droht er schon. Zuerst sagt er ja noch bitte, sie soll aufhören und nicht sein Leben zerstören. Dann sagt er plötzlich, ja, ich werd dich finden, ja. Also, das wird dann schon bedrohlich. Ja, ich dachte mir auch, ist Liam Neeson am Telefon. Nee, nee, der musste ja Obi-Wan Kenobi drehen. Oh, Spoiler, so. Vielleicht ist er am Telefon, wer weiß. Aber er ist tatsächlich nicht am Telefon, denn wir sehen sie wenig später nach Hause gehen. Da ist auch wieder schön, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen mit diesen Lampen nochmal? Ja. Die gehen nur an, wenn man direkt drunter hergeht und sobald man weg ist, gehen die direkt wieder aus, ne? Ja, ich wollte fragen, ist das dann energieeffizient oder einfach nur ein stylischer Kniff? Äh, ich find's, ich fand's, äh, ein bisschen, also, es ist strange anmutend irgendwie. Vor allem, weil das wahnsinnig, äh, lang gedauert hat, bis die nächste Lampe anging. Also, es gab so eine kurze Phase, wo du da im Dunkeln warst. Ja. Das kann's ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ja, das, ja gut, vielleicht war's ja sogar ein Kommentar, ich weiß es nicht. Ich mein, es ist ja auch eine Frau allein im Dunkeln auf einem Nachhauseweg und, ja, sie wird hier, äh, relativ schnell von einem Unbekannten überrascht eigentlich im Dunkeln, der, äh, sich, äh, als Peter vorstellt. Und, äh, wir wissen, oder, also, wir wissen erst nicht so wirklich, was mit dem ist und Christina natürlich auch nicht. Und dann stellt sich raus, es ist wahrscheinlich ihr verdammter Stalker. Und der fängt dann noch mal an, sie jetzt halt wirklich im Real Life voll zu heulen mit, warum tust du uns das an? Ich hab meinen Job verloren, ich hab meine Frau verloren. Und er bezieht sich dann auch auf den Turm anscheinend, ne? Ja. Der kommt auch wieder vor, ja. All along the Watchtower. Jimi Hendrix lässt grüßen. Er stellt dann auch die Frage, und das fand ich dann auch wieder interessant im Hinblick auf sowas wie die Forge, er sagt dann nämlich, ja, woher weißt du denn so viel über uns alle hier? Mhm. Und das könnte natürlich auch, also, von wegen, sie hat die Bücher gelesen, ne, oder so, oder, was weiß ich, also, geht auf jeden Fall in die Richtung, oder Big Data, ne? Aber sie hat Glück, also, ja, der wird dann schon wirklich richtig aufdringlich, zieht ein Messer und verletzt sie sogar. Kommt auch irgendwie niemand zu Hilfe, obwohl sie schreit, ne? Ja, das hab ich mir auch gedacht, was in der Welt, es kommt auch später vor, wo da Schüsse auf der Straße fallen und kein interessiert's irgendwie, so. Keine Polizei kommt, keine Lichter gehen an, irgendwie überall. Nee, ganz komisch. Ist schon ein bisschen seltsam. Also, ja, mich hat, also, ich fand die Szene hier um Welten besser, aber sie hat mich tatsächlich auch ganz kurz an Wonder Woman 1984 denken lassen müssen. Deshalb hab ich den wohl auch noch nicht gesehen. Meinst die Stelle mit Kristen Wiig? Ja, wo, wo gefühlt alle Männer, alle Männer Arschlöcher sind, die Frauen da zu bringen, MeToo zu schreien. Wirklich alle. Ich weiß, welche Stelle du meinst, die, wo Kristen Wiig da durch die dunkle Gasse hürzt. Och, Mann, danke, dass du mich an diesen Film erinnern musstest. Ja, diesen Antifilm, ja. An den Batman und Robin der Corona-Ära. Sie bekommt auf jeden Fall doch Hilfe von einem Unbekannten, der einfach so aufkreuzt. Und die man auch nie sieht. Nee, die man auch nie sieht. Und dann wird ja auch weggeschnitten. Ich gehe davon aus, dass das der neue Teddy ist. Das könnte wahrscheinlich schon Teddy sein. Ich meine, hier wiederholt sich ja dann auch ein Muster aus dem Park, ne? Ja. Genau. Und beide sind aber plötzlich wie von Geisterhand verschwunden. Ja. Das war auch sehr komisch. Das könnte vielleicht auch eine Erinnerung gewesen sein, die sie durchflutet hat. Es zeigt, dass das Ganze eventuell nicht wirklich real ist, finde ich. Das hat man in dem Moment gesehen. Ja, da habe ich mir gedacht, so, oh, jetzt. Ja, sie ist vielleicht echt so ein bisschen shit, so in der Hinsicht. Das könnte es natürlich auch sein, dass Christina ein bisschen eine psychische Störung hat. Ja, oder eine technische. Eine technische, ja, ist gut möglich. Vielleicht ist es so ein technischer Defekt, ja. Ja, also, es ist auf jeden Fall, es hat mich sehr halt an die erste Staffel erinnert, wo Dolores irgendwie auch so Aussätze hat. Oder dann mal, also, ich meine, die Hosts, die durch, heißt es ja immer wieder, die Hosts durchleben wirklich Erinnerungen. Die sind nicht nur verschwommen bei denen und kommen so ins Gedächtnis, sondern die durchleben die wirklich, auch den Schmerz. Und da bin ich gespannt. Wobei auf der anderen Seite, es scheint ja wohl doch real gewesen zu sein, weil sie ja einen Schnitt am Arm hat von dem Messer von dem Typen. Aber den kann sie sich ja vielleicht auch selber zugefügt haben, wer weiß. Ja, ja, ja. Na, also, das ist ... Im Grunde ist der Schnitt aber das Einzige, was den Loop dann so unterscheidet, der beim nächsten Aufwachen wieder stattfindet, ne, diese ganzen Routinen wieder. Richtig. Alles gleich, bloß der Schnitt ist da, oh, da war ja was. Vielleicht auch so ein Zeichen, ich breche langsam aus aus dem Loop. Aber da kommen wir dann gleich zu. Wir haben nämlich noch mal einen kurzen Wechsel zu Caleb, der, ja, seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Und die, man merkt, dass die ja auch schon so ein bisschen mit seiner leichten Paranoia angesteckt hat. Also, die will irgendwie nicht schlafen und denkt die ganze Zeit draußen vor ihrer Tür ist oder vor ihrem Fenster ist irgendwas, ne? Ja, kennt man natürlich auch so bei so Kindern, die irgendwie denken, ah, ist ein Monster unter dem Bett oder so, ne? Ja, fand nur cool den Tipp, den er ihr da gegeben hat, darfst du kein Licht anmachen, weil sonst sät dich der Feind, sondern du musst ja light up the perimeter, dann siehst du alle anderen und keiner sieht dich. Genau. Also, er gibt dir Army-Tipps, taktische Army-Tipps, was für so ein kleines Mädchen vielleicht nicht so ganz passend ist. Ja, und das kommt dann auch noch mal zum Tragen, als er dann runtergeht. Also, er ist dann irgendwie auch direkt alarmiert und geht zu seinem Schrank und holt eine Waffe raus und wird dann von seiner Frau überrascht. Und, ja, man merkt, er ist halt noch echt PTSD-belastet und seine Frau meint dann zu ihm, da draußen ist nix, das Einzige, was da draußen ist, ist dein Verstand. Also, es ist eigentlich nur in deinem Kopf, ne? An der Stelle. Da merkt man, dass sie ihn zwar schon irgendwie unterstützt und dass sie zwar auch Geduld hat, aber eventuell bleibt da nicht mehr ganz so viel von übrig, sehr, sehr schnell jedenfalls, ne? Da gibt's ja dann noch eine Stelle, ja, wo so ein bisschen der Dun bricht. Dann switchen wir wieder rüber zu Christina, die, wie gesagt, einen Schnitt vom Messer hat und erneut ihren Stalker am Telefon. Also, sie wacht morgens halt wieder auf in ihrer Routine, hast du ja schon gesagt, ich find dieses Bett einfach geil, ich will dieses Bett haben. Das ist super, ey. Ja, super, wirklich. Also, vor allem als Single, ne? Also. Ja, ja. Ja. Gleich den Spiegel, ne? Ja, ja, gut, den Spiegel brauch ich nicht, aber ich hab mir jetzt auch ein Couchbett gezogen, das kann man aber ausziehen. Naja, egal. Hm, klasse. Dieser Peter ruft sie dann wieder an, als sie aus dem Haus geht und, ähm, ja, der scheint tatsächlich Nägel mit Köpfen zu machen, weil, was sagt der zu ihr, siehst du mich oder kannst du mich sehen? Irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall, äh, droht er dann damit und dann, äh, fragt sie ihn, ja, wo bist du denn? Der dann so, ja, schau mal nach oben und, äh, dann steht der tatsächlich auf einem hohen Haus, äh, ihr gegenüber und fackelt auch nicht lange, sondern, springt vom Dach und, bevor er das tut, sagt er noch ins Handy zu ihr, ja, hast du das etwa auch geschrieben oder ist das jetzt allein meine Entscheidung? Und, ja, da haben wir jetzt halt wieder großen Grundmotiv der Serie drin, natürlich, ne? Tja. War es ein Host oder, äh, äh, war es ein Narrative oder, äh, ja, ein Verrückter oder ein Host? Also, mich, mich hat's erschrocken. Okay. Mich, mich hat's nicht... Natürlich erschrickt das, vor allem, weil das so unvorhergesehen kam, der wurde wirklich als so der Verrückte dargestellt und, dass er dann so schnell eskaliert. Najo, auf jeden Fall war er tot. Der Typ ist weg, aber, äh, ich bin gespannt, ob noch mehr solcher, solcher Kerle auftauchen. Ich glaube, ja. Weil, ich muss sagen, die, die, diesen Plot da fand ich eigentlich ziemlich interessant und, ja, vielleicht haben sie es jetzt, also, da merkt man halt auch wieder, es sind halt wieder nur acht. Statt zehn Folgen, äh, es ist vielleicht wieder so ein bisschen komprimiert, ne? Vor allem werden wir in den letzten zwei Folgen wahrscheinlich wieder ein bisschen hetzen. Wer weiß, ob's nicht vielleicht sogar wieder die Nanobot-Fliegen waren, die ihn dazu gebracht haben. Ja. Das könnte gut sein. Oder, wie gesagt, es ist einfach gar keine Realität. Das ist auch möglich, also... Sondern nur so eine Simulation, wie es in der letzten Staffel ja Maeve erlebt hat mit den Nazis. Aber wer weiß, ich meine, wir rechnen ja mittlerweile mit sowas. Am Anfang der ersten Staffel haben sie ja sogar echt genüsslich damit gespielt, ob wir eine Simulation innerhalb einer Simulation haben. Also halt so eine, ja, Inception schon eigentlich. Ja, der Klassiker, ja. Ja, aber... Und das wäre Jonathan Nolan auch zuzutrauen, aber... Ist, 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 äh, aber nicht unmöglich bei dieser Serie, da kann ja immer alles in Simulation sein, ne? Bei der Serie ist wirklich alles möglich. Also spätestens seit Warworld in Staffel drei, wo halt absolut nichts echt war und die Physik völlig verrückt gespielt hat. Ach, ich hab Warworld gefeiert. Ja, ich auch, hätt viel gern mehr davon gesehen, aber naja. Dito. Dann haben wir die Überleitung zu Caleb und der steht in der Küche, macht irgendwas, ich weiß gar nicht. Und dann kommt seine Frau rein und legt ihm die Spielzeugpistole auf Linoleum und sagt, dass sie die unterm Kopfkissen ihrer Tochter gefunden hat und findet das nicht so toll. Und spricht ihn dann darauf an, dass sie dann irgendwie auch schon mitbekommen hat, was er und seine Warbuddies so miteinander geredet haben. Da fällt dann unter anderem sogar mal das Thema Chemtrails. Mhm, stimmt. Ja, ich hab noch auf Corona-Geschwurbel gewartet, aber naja. Ja, Flat Earther hätte noch gefehlt. Ja, stimmt. Ja, Flat Earther. Ja, oder hier, weiß ich nicht, Great Reset, was weiß ich. Ey, du hast die ganze Folge über die Maskenträger gehabt, also schon allein dadurch hast du immer so die gewisse Corona-Präsenz gehabt. Ja, obwohl Maskenträger hattest du lustigerweise auch schon in Staffel 3, obwohl da noch gar kein Corona war, als das gedreht wurde. Also ich glaub, da hatten wir auch den Gag gemacht, sind wir 2058, das Ding immer noch nicht los. Aber nein. Ach, verdammt. Und seine Frau, ich weiß nicht, er hat auch keinen Namen, glaube ich, seine Tochter heißt ja, glaube ich, Frankie, ne? Die äußert dann auch so einen Satz, der wirkt für mich fast so ein bisschen aus Sherlock Holmes abgeschrieben. Weil das hatte so ein bisschen was von John Watson, so dieses, ja, du fürchtest den Krieg gar nicht, du vermisst ihn. Oder er fehlt dir, ne? Oh, stimmt. Äh, also da sag ich im Geiste John Watson, es tut mir leid. Ja, aber das ist ja auch so der Klischee von dem, dem Krieger, sag ich mal, oder dem Soldaten, der so in seinem Job drin ist, dass er seine Familie an zweite Stelle rückt. Und, äh, im Grunde ja auch so ein bisschen klischee-mäßig, also das hat man ja auch hundertmal schon. Marvel hat daraus den Punisher gestrickt, also wie klischeehaft willst du's? Ja, gut, das stimmt. Ja, der ist ja auch, äh, mittlerweile schwierig, ne? Also der ist ja auch bei Neurechten in den USA sehr beliebt. Die haben das Symbol mittlerweile geändert, aber wir wollen ja ihn nicht abschweifen. Nee, nee, alles gut. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, äh, also man merkt auf jeden Fall schon, dass es da, dass da der Haussegen auch schon länger schief, äh, hängt. Und dass, dass, dass das echt ein Problem ist, weil er steckt halt seine, seine Tochter mit seiner Paranoia an. Und man sieht auch, dass die nicht schläft, außer ihrem Fenster guckt, aber es ist anscheinend wirklich ein Waschbär, der da draußen rumstreucht. Und, äh, ihr fällt dann aber dummerweise ihr Kuscheltier aus dem Fenster. Caleb zieht sich derweil, ich glaub, der zieht sich Alkohol rein und bringt dann den Müll raus, ne? Ja, zum Glück, äh, ähm, tut er noch seine, äh, häuslichen Arbeiten erledigen, äh, seine Haushaltsarbeiten und bringt brav den Müll raus, weil sonst, mein Gott, äh, wäre es und seine Tochter wahrscheinlich geschehen gewesen. Genau, seine Tochter läuft nämlich raus, weil sie eigentlich nur ihr Plüschtier holen will. Und dann steht da plötzlich, ja, ein Hescher wahrscheinlich von Delos, auch wenn er eher aussieht wie von Samaritan aus Person of Interest, äh, ist vermutlich ein Host und, äh, der fragt dann, ja, ist sein Vater zu sprechen und, ähm, Caleb ist dann, glaub ich, äh, weiß nicht, ich glaub, der, 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 der zieht dann, glaub ich, entweder er zieht auf seine Tochter oder auf Caleb, weil Caleb kommt ja erst raus mit dem Müll. Und der Typ hat aber nicht lange zu leben, denn er wird von hinten durchbohrt. Ich hab das, ich hab das ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, weil irgendwas war doch erst in seinem Gesicht. Ich dachte, der hätte irgendwie so ein, so ein, so ein Nanopfeil oder sowas ins Gesicht bekommen. Aber nein, er wird von hinten durchbohrt. Äh, weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen, dass das irgendwie komisch war? Glaub, das war der schlechten, schlechten Streaming-Qualität, äh, geschuldet. Da hast du manchmal so Artefakte gehabt. Meinst du? Und das, obwohl wir aufgrundsweise mal nicht auf den bewährten, komprimierten Player zugegriffen haben. Ja, es, es war, es war nicht der, ach nee, er heißt ja nur irgendwie so Wow-Player, genau, ja. Aber so richtig HD war's aber nicht, es war schon, also, ähm, äh, die, die Zuschauer, die Geneigten werden, äh, eine bessere Qualität sehen als wir mit diesem Stream, ganz sicher. Ich hoffe es. Ich glaub, 720p waren's und ich nehm mal an, es wird ja, also bei HBO wird's auf jeden Fall in 4K ausgestrahlen. Genau. In den USA, jede Wette. Die Glücklichen. Ja, und wer durchbohrt, gerne Hosts und generell seine Feinde? Maeve. 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 Mit Samurai-Schwert. Einmal mehr. Sie ist förmlich mit dem Ding verwachsen, ne, und, ach Gott, also so geil ich's ja auch finde, langsamer sicher nutzt es sich ab, ne? So ein bisschen. Aber was ich interessant fand, äh, um Maeve umzulegen, schicken sie ein ganzes Squad mit Anführer und für Caleb nur so einen schwindeligen Typen. Da haben wir wieder mal gesehen, wer was drauf hat, ne? Ja, ja, oder wen. Ja, gut, vielleicht haben sie, äh, Caleb auch unterschätzt, ne? Naja, ohne Maeve wäre er ja weg. Ne, die haben Caleb doch immer unterschätzt und das haben sie jetzt nach wie vor getan. Die haben gesagt, ja, okay, jetzt hat er seine Familie, aber allzu viel hat er sich sonst nicht entwickelt, würde ich sagen. Ich meine, er ist im selben Job gefangen und die haben jetzt nicht wirklich einen großen Anreiz bekommen, denen irgendwie großartig neue Skills zu unterstellen. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Ich meine, er wurde am Ende der dritten Staffel, wurde er wirklich zu so einem neuen John Connor aufgebaut. Mhm. Äh, ja. Also man muss sagen, sie hatten auch, also da kann Aaron Paul nix für, aber die Figur war so ein bisschen komisch geschrieben in der dritten Staffel. Und ich hoffe, dass sich das hier nicht fortsetzt, aber das wirkt leider wie so ein kleiner Vorbote dessen. Ja, vor allem jetzt kommen wir zu dieser Stelle, wo ich dann gedacht habe, ach nee, darauf läuft es hinaus. Okay. Maeve merkt, oh, er hat eine Tochter, also er hat Family, also ist natürlich das Band direkt wieder da. Ja, es müsste nur noch wie ein Diesel um die Ecke kommen, ne? Ja, und den Daumen hoch halten mit einem Corona, alle anstoßen. Aber ich hatte es ja schon mal angesprochen, ich finde es eigentlich ganz erfrischend, dass er nicht mehr der Super Soldier ist, dem ich ihn halt nie abgenommen habe, sondern dass er eigentlich gegen Delos und die ganzen Hosts und so, die auf ihn angesetzt sind, alleine keine Chance hätte und er eigentlich nur mit Maeve, ich will jetzt nicht spoilern, weil ich schon die zweite Folge gesehen habe, aber ohne Maeve, ohne Maeve eigentlich keine Chance hätte, da irgendwas auszurichten. Ja, ja, mehr sage ich auch nicht. Okay, okay. Ja, wobei man sagen muss, dass Super Soldier, das haben sie ja eigentlich aus ihm gemacht, ne? Die haben ja irgendwo ... Ja, aber die Fähigkeiten sollte er ja irgendwie noch haben, aber ... Ja, ja, eigentlich schon, aber der versucht natürlich auch abzuschalten und so, gut es geht, ein normales Leben zu führen, aber auf der anderen Seite hat er irgendwie halt diese Hochfunktionalität durch auch sein PTSD, ne? Also, der ist direkt alarmiert, wenn irgendwas vor dem Fenster ist, aber hier war es ja auch nicht unbegründet. Nee. Und jetzt haben er und Maeve so ein, ja, so ein Bonding-Moment, ja, wo ich wirklich dachte, gleich kommt Vin Diesel rein. Und er stellt dann, er stellt dann Maeve seiner Tochter irgendwie, also die stellt sich irgendwie als Old Friend vor, also sie ist eine alte Freundin, ist schon ein paar Gärchen her. Und, äh, lässt ihn dann wissen, dass, äh, William auf Achse ist, beziehungsweise, dass William wahrscheinlich diese Host Hesher geschickt hat. Und deshalb fasst Caleb auch relativ schnell den Entschluss, ja, mit Maeve zu gehen. Und das trifft sich vielleicht gar nicht so schlecht, denn seine Frau ist ziemlich fertig mit ihm. Äh, insbesondere nach der komischen Spielzeugpistolsache da. Ja, er verlässt sie. Ja, wobei es doch zeigt, dass seine Paranoia nicht unbegründet war, also verstehe ich nicht, was sie da, äh, zu meckern hat. Ja, ich glaube, die hat generell, äh, das ist eh so die Frage, ob das jetzt wirklich seine Tochter ist, oder aber ob die, die vielleicht mit in die Ehe gebracht hat. Das kann ja auch sein. Ja. Also, dass er, dass er eine Single-Mom getroffen hat. Aber da haben wir jetzt echt so diesen Rumble-Moment, der ist ja auch bei jedem Film im Ruhestand und dann kommt jemand an, Nee, ich bin im Ruhestand. Ach, komm. Ja, 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 ja. Na, okay. Es geht auch sehr schnell alles, ne, wieder. Das ist ... Also, er geht ein bisschen sehr schnell weg mit Maeve, für das er eigentlich abschalten und es hinter sich lassen wollte, so ein bisschen, hatte man zumindest den Eindruck. Und, ähm, dann, äh, äh, ja, er verabschiedet sich so, ja, auch jetzt nicht so wahnsinnig herzlich von seiner Frau, geht dann mit Maeve mit und die redet davon, äh, wo sie jetzt hin müssen und das hab ich irgendwie nicht verstanden. Sie reden da irgendwie von einem, dass sie jetzt als erstes zu einem Senator in Kalifornien müssen oder sowas, ne? Ja, weil das in der Aufzeichnung, die die Maeve von diesem Anführer, dieser, äh, Hasher, die sie killen sollten, gesehen hat. Ach, ja. Dass der, dass der da war, der Man in Black, also hat sie da, der war der einzige Link, den sie hatten, wo sie jetzt weitersuchen können. Das einzige Indiz, ja. Genau. Und dann begeben sie sich mit, ja, ich weiß gar nicht, ist das so ein selbstfahrendes Auto? Ne, ich glaube gar nicht mal. Sie begeben sich dann weg und ... Auf einen Roadtrip. Genau, und dann haben wir tatsächlich auch schon, man kann es kaum glauben, die Schlussszene dieser Folge, die auch irgendwo eine Montage ist. Aber die sich um Christina dreht, die, ja, so gedankenhalogen am Fenster steht. Ich dachte wirklich, gleich kommt Ariana DeBose und sie machen einfach nur noch mal West Side Story. Aber, äh, nee, ähm, ich sag mal Dolores, ey. Christina. Christina will eine neue Geschichte schreiben. Und währenddessen kriegen wir dann eine Montage und, äh, es ist ganz typisch für die Serie. Wir kriegen natürlich wieder ein schönes Popcover von Komponist Ramin Djawadi. Und, äh, ja, Thilo, du hast es im Gegensatz zu mir und ich glaube auch zu Patrick erkannt, was es ist. Ja, also es war ja so ein Running Gag, würde ich fast sagen, in der ersten Staffel, dass so Coverversionen von bekannten Pop-Rock-Songs da damals von diesem E-Piano gespielt wurden. So, so, Western-Style. Und diesmal eben eher in dem Style der Intro-Musik. Mhm. Genau. Und, äh, ich hab's tatsächlich zuerst gedacht, ey, das klingt ja wie, und dann, ach ja, die machen ja diese Cover-Songs. Dann hab ich's tatsächlich erkannt, es war Lana Del Rey mit Videogames und der Titel passt natürlich wie Arsch auf Eimer, ne? Ja. Ja, absolut. Oh, bei einer Game-Programmiererin, dieses Lied, scheiße. Ja, und vor allem auch noch, wenn die ihrem Pitch irgendwie in die Welt quatscht, ne? Also, sehr, sehr schön tatsächlich. Ähm, wobei man jetzt sagen muss, Thilo, also, gut, vielleicht hast du's in der dritten Staffel nicht so mitgekriegt, aber die Cover sind da auch schon erhalten geblieben gewesen. Die waren schon auch später dabei, aber die wurden halt eingeführt in der ersten Staffel. Und das halte ich sehr regelmäßig. Und zwar eben immer mit diesem Western-Piano. Das wollte ich nur. Ja, ja, und sie haben's dann, sie haben's dann, äh, geändert dann, äh, in der realen Welt. Äh, wir hören sogar manchmal in der realen Welt sogar ein paar Songtexte. Das ist auch tatsächlich eine Tradition, die Jonathan Nolan hier wirklich rübergetragen hat von Person of Interest. Äh, da haben sie tatsächlich am Ende sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben. Da haben sie immer bekannte Songs, vor allem von Radiohead oder auch hier im Trailer von, äh, ich hoffe, dass es in der Serie nur vorkommen wird. Denn im letzten Trailer, der wirklich jetzt auf den letzten Drücker eigentlich rauskam, gab es ein großartiges Cover von The Day the World Went Away von Nine Inch Nails. Und ich hoffe sehr, dass wir das in der, äh, Staffel noch hören werden. Und ich geh auch fest davon aus. Das muss kommen. Das muss kommen, auf jeden Fall. Äh, also, wie, wie gesagt, ich kannte diesen Song hier nicht. Aber, äh, in der dritten Staffel, weiß ich nicht, hier Wicked Games zum Beispiel von, was, also von The Weeknd, was, was, äh, Javadi da auf diesem, dieser, äh, äh, Benefit-Skala da in der vierten Folge der dritten Staffel gemacht hat. Großartig. Und hier enttäuscht er natürlich auch nicht. Aber was macht denn Christina? Sie steht da und möchte eine neue Geschichte erzählen über ein Mädchen auf der Suche, das Leere in ihrem Leben spürt. Und wenn sie das gefunden hat, was sie sucht, macht das alles Sinn. Sie will eine Geschichte mit einem Happy Ending schreiben. Währenddessen kriegen wir eine Montage. Ich weiß gar nicht, Maeve und Caleb fahren da durch die Wallachai und noch irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub, gar nicht so viel. Ja, jetzt hab ich tatsächlich, äh, verwechselt eine Szene, dass die in der ersten Folge noch gar nicht dabei war und hab dann unabsichtlich einen Spoiler gesetzt. Aber, okay, ähm, ich hoffe, ihr erinnert euch nicht mehr dran. Ich, äh, keine Ahnung, was du meinst. Genau. Das hörte sich nach gar nichts an für mich, Thilo. Ja, äh, doesn't sound like anything to me. Genau. Genau. Also sie will auf jeden Fall eine Geschichte mit einem Happy Ending. Ich muss sagen, die Szene hat mich und es ist bestimmt auch kein Zufall, denn das Skript ist ja auch von Lisa Joy. Mich hat es sehr an ihren ersten Kinofilm letztes Jahr, Reminiscence, erinnert. Äh, den ich ja eher so, boah, okay fand. Aber hier ein Hinblick auf ihre Figur macht es natürlich Sinn. Aber sie merkt dann irgendwie selber, weil ich muss sagen, dieser Pitch klang halt irgendwie fürchterlich schwülzig. Sie will halt mal ein bisschen Romanze wieder, nicht am Schluss alle tot. Mein Gott. Ja. Ist doch auch okay. Ja, also bei Romeo und Julia sind am Ende auch alle tot, also von daher. Dafür gibt's doch auch einen Markt. Ja, dafür gibt's einen Markt, besonders einen Videospielmarkt. Sie merkt dann selber. Ich sag mir rosamunde Pilcher. Ja. Oh Gott, hör auf, hör auf. Ähm. Das ist heute ein Trigger der schlechten Erinnerung. Mhm. Naja, sie merkt dann auf jeden Fall selber, dass das eine stupid Story ist und verwirft dann wieder alles und geht rein. Und, äh, unten steht nicht Ariana DeBose und, äh, schmettert kein, äh, Song aus West Side Story. Nein, da steht einfach nur, äh, ja gut, ihr Stalker steht ja nicht da, der ist ja tot. Aber wer steht da? Ein alter Bekannter, über den sich Tino ja anscheinend sehr gefreut hat. Äh, ach, das war's doch in dieser Folge. Ja, ja. Jetzt hab ich gedacht, äh, das war der Spoiler, den ich gesetzt hab, aber war's gar nicht. Äh, äh, ja, ich hab zuerst übrigens, äh, ihn nicht erkannt. Ich hab gedacht, es ist Stubbs. Mhm. Also, es steht ja, es steht ja da im Dunkeln, äh, es ist aber nicht Stubbs, es war tatsächlich anscheinend Teddy. Den hab ich tatsächlich sehr vermisst in der letzten Staffel. Wobei ich Stubbs auch vermisse bis jetzt. Ja, Sonic 2 hat ihm eben ein bisschen zugesetzt. Der sieht jetzt ein bisschen abgefuckter aus. Ja, ich, ja, der, der Zeit meinte es nicht gut mit ihm. Ich hab mich gefreut. Ich muss sagen, ich, ich hab ja die erste Staffel jetzt letztens nochmal geguckt und es ist wirklich halt ein Running Gag, wie oft James Marston ins Gras beißen muss. Leider. Echt? Ja. Wirklich fast in jeder Folge. Der war in der ersten Staffel wirklich der Kenny der Serie. Der ist in fast jeder Folge von einem Tourist. Oh my God, they kill Teddy. Ja, der ist in wirklich fast jeder Folge umgebracht worden. Ja, ich freu mich trotzdem, ihn zu sehen. Wir kennen ihn ja noch aus den X-Men-Filmen als Cyclops. Also er ist ein alter Bekannter. Man kann vor allem gespannt sein, wie er jetzt hier hingekommen sein will. Weil das letzte, was wir von ihm gesehen haben, war ja, dass er im, ja doch, ich nenne sie bei Host Paradies, nicht Roboter Himmel. Auf jeden Fall in der, in der Sublime war mit den anderen Hosts. Und dahin ist ja Bernard verschwunden, den wir ja noch nicht zu Gesicht kriegen, was ich unglaublich schade finde, weil ich bin ein großer Jeffrey Wright und Bernard Fan. Da musst du dich noch weiter gedulden. Ja, oh, spoilern, bitte. Man muss ja sagen, in der letzten Staffel hatte Bernard ja nicht viel zu tun, aber ich freue mich auf ihn. Ich, also auch, wo ich ihn jetzt als Gordon in The Batman gesehen habe, ich mag den Schauspieler einfach wahnsinnig gerne. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende der Folge. Meine Güte. Wahnsinn, wer hätte das gedacht. Wahnsinn, wer hätte das gedacht. Ging ja ranzfatz. Ja. Unglaublich. Wie wir das geplant hatten am Anfang. Es ist, es ist eine typische Setup-Folge, würde ich sagen. Ja, das wollte ich vorhin auch erwähnen, das ist so, dass wir stellen die Schachfiguren in Position, damit es gleich losgehen kann. Deswegen aber nicht eine schlechte Folge, finde ich. Aber sie hat halt immer dieses Problem, diese Anlaufschwierigkeiten bei der ersten Folge einer Staffel. Aber es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und wie gesagt, ich konnte gar nicht davon abhalten, die nächste Folge mit gleich danach anzuschauen. Ja, dann hat sie dir ja theoretisch am besten gefallen. Ja, okay. Ja, bin wieder hooked. Mich hat quasi wieder alles getriggert. Es hat schon bei Ramin Javadi angefangen, Ed Harris wiederzusehen. Ja, Evan Rachel Wood wiederzusehen. Und der Cast ist halt einfach wirklich sehr, sehr geil. Und man folgt denen mit auch über die etwas schlechten Drehbücher. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass für zwei Minuten jetzt sich immer noch in der vierten Staffel da mit ihren Kinderhandlungsstrang darum ärgern muss. Ja, abwarten, abwarten. Also, schlechtes Drehbuch würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist eine, ja, ärgerliche, kreative Entscheidung. Aber man kann ja mal zumindest abwarten, was sie daraus machen. Also, mich nervt das auch. Das ist wirklich die Nervtöhle dieser ganzen Serie mittlerweile. Irgendwie hoffe ich, dass ihre Tochter schon längst gelöscht ist im Host-Himmel oder was weiß ich. Weil ich will, weiß ich nicht, und dann betzelt sie alle nieder. Ja, weißt du, das ist bestimmt die Geschichte, die dann jetzt Christina schreibt. Am Ende sind alle tot, fertig. Vor allem, was mir bei Westworld aufgefallen ist, die Serie mag es nicht, wenn Leute eine glückliche Beziehung haben. Die werden immer komplett torpediert und zerfetzt. Also, auch um Calebs Beziehung steht es nicht gut. Ja, man muss sagen, es ging jetzt vielleicht in der Folge alles ein bisschen schnell. Aber ich fand es jetzt auch nicht völlig unglaubwürdig. Also, man hat schon früh gemerkt, dass das bei Calebs in der Ehe wohl auch ziemlich kriselt. Aufgrund seiner Situation. Und ja, das Thilo, du hast doch schon recht, das kommt nicht ohne Klischees aus. Für mich hat es tatsächlich irgendwo funktioniert. Vielleicht auch, weil ich durch das Schauspiel dann auch ziemlich drin war. Also, ich muss sagen, mir gefällt auch Aaron Paul irgendwie. In der Rolle als Vater. Und deshalb finde ich das fast ein bisschen schade, dass er jetzt wieder auf der Piersch ist. Der Bart steht ihm auch. Ja, der wird so langsam älter. Der wird nicht mehr ganz so jung. Und klar, da sind ein paar Klischees schon drin, die ich angesprochen habe. Aber ich meine, wenn man allein diese Production Value wieder anschaut, diese Settings, das Set-Design, die schauspielerische Leistung, das ist einfach so top-notch wieder mal. Wie gesagt, auch Ed Harris zu sehen, ist einfach eine Freude. Da kriegt man immer Gänsehaut, wenn er in seinen frisch gepressten Klamotten da steht. Also, nee, wie gesagt, ich bin wieder hooked. Und ich hatte ein paar Probleme mit der letzten Staffel. Bis jetzt gefällt mir die Staffel besser. Ja, das glaube ich natürlich noch ein bisschen früher. Also, es ist eine typische Auftaktfolge, Setup und Status Quo irgendwie so ein bisschen zusammengebracht. Ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt halt eine Staffel mit zehn Folgen wäre, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen breiter erzählt worden. Es ist die Frage, ob man das braucht. Insgesamt, ja, ein guter, solider Einstieg. Also, ich bin auch auf jeden Fall hooked. Ich habe auch wirklich, also, auch wenn ich jetzt ein Rewatch hatte von der Serie, du hast ja gerade schon gesagt, Thilo, das Production Value ist halt wirklich immer noch beispiellos. Also, das ist wirklich, du wirst immer wieder daran erinnert, dass das wirklich eine der wenigen Serien ist, die eigentlich aussehen wie Kino. Ja, auf jeden. Und die eine glaubwürdige Zukunftsszenario darstellen mit den Fahrzeugen, den Hochhäusern. Das sieht alles nicht so nach totaler High-End-Science-Fiction aus, sondern nach, okay, das könnte in 50 Jahren echt so aussehen. Ja, die treffen da immer eine wunderbare Mitte, wie ich finde. Auch schon in der dritten Staffel. Das ist nicht zu futuristisch und auch nicht, also nicht zu weit weg von der Realität, aber auch nicht zu nah dran. Das ist richtig gut. Patrick, du wolltest noch was sagen. Das ist fast schon auf so einem Black-Mirror-Level, nur eben mit so einer Satz-Fiction-Story drumherum gestrickt. Hast du genau richtig erkannt. Die Zukunft, die sich da abzeichnet. Sehe ich auch so. Okay, dann würde ich sagen, wir sind alle hooked. Und ja, bis auf gewisse Personen, die die zweite Folgestellung gesehen haben und dementsprechend auch bei Folge 2 nicht dabei sind, hat es wirklich Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, Thilo, ob du bei der nächsten Besprechung dabei bist, zeitlich betrachtet. Christopher wird wahrscheinlich auf jeden Fall zustoßen. Ich wäre am Start, ich habe Urlaub. Okay, super. Dann freue ich mich. Ja, wir schauen mal, wie wir es machen, aber ich denke mal, Christopher wird dann dazukommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich halt wirklich sehr auf die nächsten Wochen mit der Serie. Ich glaube, das wird schneller vorbeigehen, als es einem lieb ist. Das ist bumms schnell vorbeigehen. Dann steht ja auch Game of Thrones im Haus. Genau, House of the Dragon. Oder der Drache. Ja. Der Drache ist im Haus. Genau. Dragon ist in the house, aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau. Thilo ist schon raus, der geht jetzt erstmal einen Schnaps trinken. Oh ja. Oh, Eka, sie sind raus. Genau. Wieso das denn? Was? Ach, das war ein Insider. Kennst du nicht mehr bei Switch? Oh, Eka, sie sind raus. Doch, doch. Okay, 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 den kenne ich. Ja, gut, bevor das hier noch eskaliert in Switch-Reloaded-Manier, bringen wir uns offline. Bis nächste Woche. So wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Macht es gut. Ciao. Macht's gut. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.